Irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt kam die Wirkung und dann war plötzlich so, das war so ein kurzer Waking-up-Moment, das war so ein, hä, was mache ich hier eigentlich, Alter? Also ich bin plötzlich wie so wach geworden, habe auf meinen Körper geguckt und dachte mir so, Junge, du bist irgendwie, okay, du bist Nikolai Binne anscheinend, du bist irgendwie 18 Jahre und du bist fast, du sitzt im Dschungel und hast irgend so ein Zeug gerade getrunken, was geht in deinem Leben? Schön, dass du uns hier beehrst, in Schönwalde, Klien. Ja, danke, danke für die Einladung, Alter. Ja, gerne. Heute ist auch unser letzter Tag hier, das heißt, du darfst hier das letzte Mal, das ist der letzte Podcast, für immer. Ja, für immer. Für immer. Und vor allem für immer, der hier gedreht wird, in Schönwalde. Schönwalde, das habe ich am Anfang auch immer falsch gesagt. Ja, wir reden ja heute über allerlei interessante Themen, ich habe mir, also ich kenne dich ja auch, wir haben schon ein paar Mal gequatscht. Ja, wir kennen uns super. Best Friends, forever, wir haben Freundschaftsbändchen und ich habe auch so ein paar Videos von dir angeschaut, auch so ältere und auch neuere und deinen Podcast, da habe ich auch ein paar Episoden gehört, was ich ziemlich geil fand, auch gerade jetzt mit Florian, der war jetzt auch bei uns auf dem Podcast übrigens. Ach, geil, echt? Da wird immer noch eine Episode aufgenommen, aber halt online. Ist schon draußen? Nein, noch nicht. Okay. Und da habt ihr auch viel über Trauma, da ging es ja viel um Psychologie und dann Psychedelika, so ein bisschen zumindest so. Und es gibt ja auch ganz viele Themen, für die du dich interessierst, also wir haben ja gerade darüber gesprochen, jetzt sagen wir einmal Psychologie, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Psychedelika, Comedy. Ja. gewesen? Ja, ich bin nicht mehr so tief da drin, also und ich meine, dein Channel heißt halt Set und Setting und demzufolge ist es ja, haben wir garantiert Schnittmengen, was das angeht und ich vermute mal bei Set und Setting geht es bei dir nicht irgendwie darum, wie du irgendwie die Kamera richtig einstellst, sondern unter anderem auch ein großer Teil deiner Arbeit, aber genau, ich glaube wir haben krasse Überschneidungen, was das Thema einfach angeht. Und ich habe irgendwie das erste Mal, ich glaube Pilze genommen mit 16 und habe dann irgendwie, bin dann nach Peru geflogen, ich glaube das erste Mal mit 18, um Ayahuasca zu machen. Also bei mir ging das relativ früh los mit, ja, einfach in psychedelische Welten abtauchen und ich finde es krass, wenn man überlegt, dass man sagt, so psychedelische Welten, schon während ich das sage, fühlt sich das fast schon falsch an, weil manchmal, ich habe mich damals und auch heute frage ich mich noch manchmal, wenn ich irgendwie auf einer psychedelischen Reise bin oder wenn ich auf einem Psychedelika bin, dass ich mich halt frage, okay, ist das jetzt wirklich so eine krass andere Parallelwelt? Es ist wirklich so krass anders als die eigentliche Realität, weil für mich fühlt sich es oft, besonders gegen Ende, wenn der Peak vorbei ist, realer an als das, was ich sonst, also realer, tiefer, authentischer und echter tatsächlich als das, was ich so gefühlt oft im Alltag erlebe, ja, wo ich mich eher ein bisschen flacher wahrnehme, nicht so tief und wo ich mich eher, ja, irgendwie so ein bisschen mehr disconnected fühle. Und wo ich mir denke, ey, das ist doch eigentlich viel mehr Illusion als dieses andere, ja, aber vielleicht ist es auch Schwachsinn, vielleicht sind beides einfach nur Illusionen und am Ende des Tages sind wir einfach nur gebleachte Arschlöcher. Also das ist ja so eine Eigenschaft von psychedelischen Reisen, dass es sich wahrer anfühlt als unser Alltagsbewusstsein. Und das fand ich auch gut, wie du es gesagt hast, dass es erst am Ende dann so richtig wahrgenommen wird von dir, ist bei mir auch so, weil ich glaube, dann habe ich mich so richtig an die Erfahrung gewöhnt. Und so in der ersten, sagen wir mal, in der ersten Stunde, wenn du so hochkommst, dann so, fuck, Alter, ich habe gar keine Zeit, mich jetzt Gedanken darüber zu machen, was das ist, ich sage, oh, what the fuck. Und dann kommt der Peak und der ist so intensiv, dein Verstand ist sowieso nicht mehr aktiv, der kann sich sowieso nicht mehr so viel Gedanken überhaupt machen, der kann sich gar nicht fragen, das fühlt sich jetzt echt an. Mit welchen, ich hatte gar keine Kapazität dazu. Und dann komme ich wieder runter und dann kommt mein Verstand sozusagen zurück und hat sich jetzt so richtig daran gewöhnt. Viele sagen ja auch, das Runterkommen ist das Schönste bei Psychedelika nicht, weil es jetzt endlich vorbei ist, sondern weil ich mich jetzt endlich daran gewöhnt habe und sozusagen, als ob das jetzt mein neues Alltagsbewusstsein wäre. Ey, Alter, dass du das sagst, ich kann mich noch erinnern, das war so ein bitterer Moment jetzt, wo du das so sagst. Ich weiß noch, das allererste Mal, das allererste Mal Pilze nehmen, wo ich das gemacht habe mit einem Kumpel. Ich kann mich erinnern, ganz am Ende, als wir uns verabschiedet haben, wirklich dann so morgens um vier, fünf Uhr, als die Sonne schon wieder aufging und ich dann halt nach Hause gegangen bin. Und ich weiß noch, wir haben uns so einen Check gegeben, wir waren so ultra euphorisch und wir haben so währenddessen gesagt, so Alter, das bleibt jetzt so für immer. Aber wir dachten irgendwie, wir waren überzeugt davon, dass diese Bewusstseinsstufe, auf der wir in dem Moment waren, dass wir jetzt auf der auch einfach bleiben und einfach auf dieser Stufe bleiben irgendwie, weil es das so natürlich irgendwie auch angefühlt hat. So nach dem Motto, ach, jetzt haben wir es gecheckt. Ach, so läuft der Hase also. So die 16-Jährigen, die die Welt gecheckt haben. Ja, ja, genau. Das habe ich auch, da habe ich dem letzten Mal mit jemandem gesprochen. Ich glaube, also bei mir war das auf jeden Fall auch so, so mit 18, sagen wir mal 16 bis 20, du denkst, du hast die Welt gecheckt. Dass du denkst, du hast es kapiert und die Eltern und so, die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und da können Psychedelika dann manchmal aber auch so eine Respektschelle dir geben, um erstmal aufzuwachen. Das hängt aber auch irgendwie vom Alter ab und das finde ich jetzt interessant, dass du mit 16 das das erste Mal gemacht hast, weil ich sage ja immer als verantwortungsbewusster, spiritueller Psychedelika, Befürwörter irgendwie, hey, das Gehirn sollte schon halbwegs ausgereift sein. Ja. Und deswegen, wie war denn deine erste Reise auch vor allem nachhaltig? Ja, das ist also, ich sage mal so, ich glaube, die erste war die wichtigste und die, die mich am krassesten auf Spur gebracht hat und die mich am krassesten auf diesen Weg gebracht hat, überhaupt mich mit mir zu beschäftigen, noch tiefer und so. Weil ich weiß, damals, da ging es mir einfach, da ging es mir scheiße und ich wusste es nicht. Also, da ging es mir so kacke und ich hatte kein Bewusstsein darüber, wie kacke es mir ging, weil ich diesen Vergleich nicht hatte, weißt du, was ich meine? Ja, so, weil wenn du irgendwie so im Gefängnis geboren wirst und du bist immer nur im Gefängnis, dann kennst du halt nur Gefängnis und dann gibt es für dich keine Außenwelt. Und dann, ich werde dir das erste Mal Pilze nehmen, das war für mich Freigang, das erste Mal, das war so, ich wurde aus meiner Zelle rausgeholt und mir wurde so die Welt gezeigt. Und ich so, oh mein Gott, oh fuck, wirklich all das, wirklich, oh fuck, das gibt es so und das war super wichtig, einfach weil es in mir dieses Bewusstsein zumindest darüber geschaffen hat, okay, es gibt noch was anderes als dieses Konstrukt Nikolai mit diesen Gedanken und diesem Blick auf die Welt, den ich hatte. Und das war halt das erste Mal, dass ich wirklich aussteigen konnte und irgendwie gemerkt habe, oh mein Gott, ich bin so durchprogrammiert mit Scheiße, vor allem negativ durchprogrammiert. Und bis heute war das wahrscheinlich eine der mächtigsten, wichtigsten Erfahrungen, die ich jemals hatte, würde ich sagen. Und wie nachhaltig, ey, das ist halt, ich finde, das ist halt das Schwierigste bei Psychedelika, das haben bestimmt andere geiler hingekriegt. Dass man daraus richtig lernt und das richtig auch nutzt für sich und das integriert diese Erfahrung, also kann ich nicht sagen, wie viel Prozent ich vielleicht jetzt, wenn ich jetzt zurückgucke, vor meiner ersten Pilzreise habe ich vielleicht zehn Prozent integriert oder so. Wahrscheinlich. Oder so umgesetzt irgendwie. Und wie hat das dann dein Leben so verändert bis heute? Also war das dann für dich so, dass du danach das direkt wieder machen wolltest? Ach so, na, wobei, nach dem ersten Mal hat es ein bisschen gedauert, da habe ich ein paar Monate Zeit gelassen und dann irgendwann ging es weiter, ja. Und dann mit 18 nach Peru, oder? Genau, ja. Das finde ich krass. Warum? Ja, weil halt, ich habe halt gemerkt, so, das ging, also ich war dann wieder, also nach der Pilzreise war ich natürlich wieder der, der ich vorher war. Mit all den Gedanken, mit all den Gefühlen und eigentlich hat sich dann erstmal gar nicht so viel geändert. Und das hat mich halt irgendwie unglaublich frustriert, weil ich gemerkt, weil ich jetzt diesen Unterschied kannte. Also ich kannte jetzt diesen, okay, so fühlt sich mein Leben so jetzt an, ganz normal, in meinem Alltagsbewusstsein. Und das ist aber das Potenzial hier oben, ne. Und ich habe dann ständig halt verglichen. Ich dachte mir so, äh, 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 was lebe ich eigentlich für, äh, was ist das für eine Realität, die ich lebe? Die ist ja voll kacke. Und, äh, so dieser, 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 dieser Fall, diese Fallhöhe war einfach so unglaublich hoch plötzlich. Und das hat in mir so einen Frust auch hervorgerufen und, äh, in mir so einen, so einen Druck, dass sich das ändert. Irgendwie so ein, so, ich will das anders haben. Ich will, dass es geil ist. Und da habe ich dann halt irgendwie, ähm, halt geforscht und gesucht, so, was kann man machen? Was, was sind die Möglichkeiten? Und ich weiß noch, damals habe ich halt zufällig, ähm, ein, eine Doku gesehen, die hieß Unterwegs in die nächste Dimension von Clemens Kubi. Und da war einer drin, der hieß Don Agustin Rivas Vasquez. Also irgendwie in der Doku geht es darum, dass der halt verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, und halt verschiedene Sachen zeigt aus verschiedenen Kulturen. Allmöglichen, allmögliches Zeug halt. Und da war halt auch Don Agustin dabei und das ist halt ein Ayahuasca-Shamane. Und ich habe den Typ gesehen und ich habe gesagt, ich will genau zu dem Typ. Und dann habe ich halt geforscht, wie man zu dem hin kann. Und da gibt es halt jemanden, der was organisiert hat und dann bin ich halt da hingeflogen. Und was waren deine Lebensumstände und haben die sich dann irgendwie verändert? Also sagen wir es mal so, äh, ziemlich depressiver Lauch, der sehr viel kifft, ähm, krasse Probleme mit sich hat, krasse Probleme mit Mädels hat, ähm, äh, und einfach, genau, damals war ich noch, war ich damals in der Schule? Ja, genau. Ich war sauf schlecht, auch in der Schule natürlich. Und habe halt, äh, viele Drogen genommen und auch, äh, ja, auf jeden Fall war ich tief in, in so, in einer ungünstigen Phase, sagen wir es mal so, ja. Ja, das waren so meine Lebensumstände. Aber Gymnasium, Gymnasium. Ja. Vorteile. Gelernt. Junge, natürlich. Das heißt, für dich war das dann aber auch nicht so, so, ich, ähm, ich löse jetzt mal meine Kindheitstraumata auf und mache psychologische Arbeit, sondern eher so, ich, ich will, dass es besser wird. Ja, genau. Ich bin damals zum Therapeut schon gegangen. Ich glaube, ich bin mit 16 dann, nach meinem ersten Pilzrit bin ich zum Therapeut gegangen, weil der, äh, Leidensdruck so hoch war, dass ich gesagt habe, boah, ich brauche Begleitung auch und so. Mhm. Und, ähm, ja, habe das auch gemacht, kann aber nicht sagen, dass es wirklich viel gebracht hätte, ehrlich gesagt. Also, es war eher so Druck ablassen. Einmal die Woche, ich bin so so in einer Frau gegangen, habe mir da gequatscht, so. Also, das war aber nicht so, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie krass weitergekommen bin. Das war eher so, okay, ich bin nicht allein, ich habe jemanden zum Reden. Aber das war nicht, ich kann nicht sagen, dass es viel gebracht hätte. Aber Ayahuasca hat dann, hat dann alles gebracht. Alles. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie war das für dich dann erstmal, ne, du, du bist 18, fliegst in ein fremdes Land und möchtest da Heilung erfahren. Wie war das für dich da anzukommen auch in diesem Land? Ja. Ich kann mich noch erinnern, kennst du das Gefühl, wenn du irgendwo landest, wenn du irgendwo, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber kennst du es, wenn du irgendwo ankommst, an einem neuen Ort und dein Herz geht voll auf, weil du weißt, oh fuck, ich bin am richtigen Ort, kennst du das Gefühl? Ja, das hatte ich hier in dieser Wohnung. Ah, geil. Als ich hier angekommen bin und habe gesagt, ja, endlich, das ist es. Ja, ja, genau. Genau das Gefühl hatte ich, als ich da angekommen bin, dieses, dieses, oh, oh, so, weißt du, plötzlich volle Euphorie überall im Körper und so, ne. Du weißt gar nicht genau, warum, aber es ist einfach da das Gefühl. Und das war, das war erstmal das Gefühl, was hochkam. Das war voll krass, das war richtig geil. Und dann aber bei der ersten Zeremonie, das ist halt dann wirklich super tief im Dschungel halt in so einer Hütte und ich kann mich noch erinnern, da war erstmal nicht Don Augustin selber, sondern der Neffe von Don Augustin, Don Luis hieß der. Er sieht auch aus wie so ein kleiner Waldgeist mit so zerzausten Haaren und ja, dann waren wir irgendwie, ich weiß nicht, fünf, sechs Leute. Das war eine kleine Gruppe und ich weiß noch, wie der das halt verabreicht hat, das Ayahuasca. Nach 40, 45 Minuten habe ich mich halt gefühlt, wie als wäre ich ultra krass vergiftet, also ganz eklig, ganz krass körperlich. Ich weiß nicht, warum das erste Mal so heftig körperlich war. Ähm, und ja, also das war ultra unangenehm und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt kam die Wirkung und dann war plötzlich so, das war so ein kurzer Waking-up-Moment. Das war so ein, hä, was mache ich hier eigentlich, Alter? Also ich bin plötzlich wie so wach geworden, habe so auf meinen Körper geguckt und dachte mir so, Junge, du bist irgendwie, okay, du bist Nikolai Binne anscheinend, du bist irgendwie 18 Jahre und du bist, was, du sitzt im Dschungel und hast irgend so ein Zeug gerade getrunken? Was, 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 was geht in deinem Leben? Das war plötzlich wie so eine, so eine, so eine Reflektion von allem ganz kurz, so, hä, was machst du hier gerade eigentlich? Hab so um mich rum geguckt, alles dunkel, ich hör nur irgendwelche Grillen und wie der Typ da vorne mit seinen Blättern da irgendwie so einen Rhythmus, Und dann, ja, dann ging es halt, wurde ich halt hart durch den Kakao gezogen, ultra, ultra krass mit, also das war erstmal richtig horrormäßig, richtig viel Horror gesehen und sehr unangenehm erstmal, aber ja, auch sehr lehrreich dann natürlich am Ende, wie es halt so ist. Das heißt, würdest du sagen, das war einfach notwendig, erstmal so ein paar Sachen rauszuholen, weil es ist ja immer wieder so die grundsätzliche Wirkungsweise von Psychedelika in Bezug auf Heilung, basiert so ein bisschen auf der Theorie, dass wir in uns Dinge eingeschlossen haben, die wir nicht haben wollen und die uns dann über Umwege sozusagen beeinflussen oder zurückhalten. Und indem wir dann in solche Erfahrungen gehen, kann es dann sein, dass erstmal es unangenehm ist, aber das ist notwendig, damit es uns irgendwann gut geht. Ist das für dich, passt das so für dich? Weiß ich nicht mehr, ob das so stimmt. Und ich glaube, es ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Trend in der Self-Help und generell in dieser Szene, auch in der spirituellen Community, dass es halt immer erstmal krass wehtun muss und so. Und dann, oh ja, dann hast du was aufgedeckt hier, dann bist du an was rangekommen und ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob das so ist. Weil ich habe ultra viel hochgeholt bei mir. Ich habe wirklich jeden schlafenden Hund geweckt, den du so wecken kannst. Ich habe irgendwie bestimmt 80, 90 Ayahuasca-Zeremonien gehabt oder so. Und da im Laufe deines Lebens jetzt? Im Laufe meines Lebens. Die meisten in Peru tatsächlich, weil ich dann nochmal da war, irgendwie zwei Jahre später, als ich meine Schule fertig gemacht habe, für sieben Monate. Da habe ich dann schon sehr viel gemacht. Und insgesamt, also ich habe nicht nur Psychologie, ich habe dann auch Holotropes-Atmen-Sessions gemacht. Ich habe natürlich auch so, was heißt hier natürlich auch, aber ich war halt bei so Energie-Heilung-Sessions und so, wo ich auch am ganzen Körper gezittert habe und gebrüllt und geflennt und an echt dämonische Energien rangekommen bin. Wo ich echt plötzlich so wirklich echt mit dämonischen Tonlagen plötzlich rumfluche und so, wo ich mir mittlerweile auch nicht mehr ganz sicher bin, ob ich mir vielleicht auch noch ein paar Dämonen in Peru eingefangen habe während diesen ganzen Sachen. Also ich glaube schon, dass man sich da auch sehr aufmachen kann für Energien, die vielleicht nicht so optimal sind. Und ich habe das Gefühl, ich bin so viel in all diese Sachen reingegangen und irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, was hat mir das jetzt alles gebracht? Ich habe eigentlich immer noch ultra negative Gedanken, negative Filme und bin oft abgefuckt und dachte mir dann so, okay, was hat das jetzt eigentlich alles gebracht? Und ja, jetzt so mit Abstand, je mehr Abstand ich zu den ganzen Sachen kriege, die ich so gemacht habe, muss ich sagen, ja, also keine Ahnung, wie geil ist es immer in die Scheiße reinzugehen, weil weiß ich nicht mehr, ob ich das so uneingeschränkt empfehlen würde. Also ich bin, glaube ich, noch nicht so ganz durch an einem Punkt, wo ich sagen kann, wo ich eine definitive Rückschau machen kann und das so richtig bewerten kann. Ich bin immer noch mixed feelings über diese Sachen, aber ja, ich glaube nicht alles, was glänzt, ist Gold auf jeden Fall, auch wenn es sich super anfühlt. Okay, weil ich glaube, das ist etwas, was ich häufig sehe und was viele eben häufiger sehen, gerade, ich weiß nicht warum, aber gerade bei Ayahuasca scheint das so öfters vorzukommen als anderswo. Nämlich, ey, ich habe hier 30 Zeremonien gemacht, da wird auch teilweise so ein bisschen damit geprahlt. Ja, ja, natürlich, wie so ein Abzeichen. Genau, ich habe hier wieder Ayahuasca gemacht, fünf Zeremonien haben wir gemacht in der Woche oder vier oder irgendwie sowas und dann war ich da monatelang und so weiter und ich frage mich da immer so, weil ich habe bisher eine Ayahuasca-Erfahrung gemacht und die war so krass bewegend, so heftig und die hat mir auch so viel gebracht, also da sind wirklich Erkenntnisse rausgesprungen, die ich dann umgesetzt habe. Echt? Ja, also da war was mit meiner Schwester und dann habe ich am nächsten Tag meine Schwester angerufen, so weißt du, das hat mir wirklich was gebracht und ich denke mir so, wenn mir eine Ayahuasca-Erfahrung was bringt, dann müssen 50 Ayahuasca-Erfahrungen ultra viel bringen, das muss richtig viel bringen. Also da muss ja alles Gott rauskommen, sozusagen. Aber es ist nicht so, irgendwie ist es nicht so und ich habe so das Gefühl, gerade bei Ayahuasca, hast du so das Gefühl, gerade wenn du ja schon auf so vielen Zeremonien warst, du siehst ja auch viele Menschen. Was würdest du sagen, ist so der Durchschnitts-Ayahuasca-Trinker, den du so wahrgenommen hast und warum machen die das und wie viel bringt es denen und warum? Ich glaube, den gibt es echt gar nicht, den Durchschnitts-Ayahuasca-Trinker, weil es sind einfach Leute aus allen Schichten. Also ich glaube wirklich nicht, dass es einen Durchschnitts-Ayahuasca-Trinker gibt, glaube ich nicht. Wahrscheinlich gibt es ihn, vielleicht ist es irgendeine Demografie, die man ermitteln könnte und vielleicht gibt es ihn, aber ich habe nicht die Wahrnehmung gehabt davon, jemals den Durchschnitts-Ayahuasca-Trinker kennengelernt zu haben, einfach. Es sind meistens natürlich Leute mit einem spirituellen Zugang oder die da irgendwie unterwegs sind in der Richtung, was natürlich in der Natur der Sache halt liegt. Ich glaube, ich habe einige, also ich habe Leute getroffen, die viel und regelmäßig Ayahuasca trinken. Ich war nicht auch mal in der Santo Daimkirche und das ist wirklich was, da machen die teilweise, wenn du da in Amsterdam wohnst und du bist da drin, dann machen die da jede Woche halt ihre Dinge. Und dann gibt es da wahrscheinlich halt auch echt Hardliner, die da jede Woche hingehen. Und ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer, ich war mal da und da waren so ein, zwei Leute, die ich, zwei, drei Leute, die ich schon mal getroffen habe. Ich bin zweimal hingegangen. Und die anscheinend Dragulas, da sind die da wirklich vor Ort wohnen. Und die haben auf mich ehrlich gesagt einfach lost gewirkt irgendwie. Und ich glaube, du kannst ultra lost sein und du kannst ultra viele Psychedelika nehmen und ultra lost sein. Ich glaube sogar, da ist eine Korrelation. Ich glaube, wenn du richtig häufig Psychedelika nimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du lost bist, ziemlich hoch. Weil warum würdest du das auch sonst machen? Ich meine, klar, natürlich könnten Leute jetzt immer sagen, ja, das ist halt mein Weg und so und das ist halt irgendwie mein Wachstumsweg. Aber ich glaube, wie viel Kausalität ist das und wie viel Korrelation? Also sind die Menschen lost, weil sie so viel Ayahuasca trinken oder sind sie lost und wollen deswegen die ganze Zeit? Beides, aber ich glaube, das verstärkt das Lost sein noch mehr, wenn du viel Ayahuasca trinkst, wenn du es ganz häufig machst. Wie? Also erstmal, was bedeutet Lost sein? Naja, du holst dir ja jedes Mal einen krassen, du holst dir ja jedes Mal einen ultra krassen Download runter. Du holst dir ja jedes Mal ultra die in Anführungszeichen Weisheit und die müsstest du eigentlich erstmal, du müsstest erstmal damit arbeiten, mit dem, was du dann diese einen Session bekommen hast, so wie du das gemacht hast. Du kriegst irgendwie vielleicht sogar, vielleicht kriegst du sogar konkrete Dinge, wo du sagst, okay, die muss ich, die kann ich machen. So, das hat mir Ayahuasca gezeigt, zum Beispiel nach meiner ersten Ayahuasca-Session. Also nachdem ich das erste Mal drei Wochen war, ich war das mit 18 das erste Mal ja nur drei Wochen da. Ich bin zurückgekommen, ich habe sofort aufgehört Drogens und ich habe aufgehört zu kiffen. Ich habe mit dem ganzen Scheiß, den ich damals auch, ich habe meinen Freundeskreis gewechselt, ich habe meine Schule fertig gemacht. Schule fertig machen hätte ich mir sparen können, aber trotzdem, ich habe es gemacht. Und auf jeden Fall, ich habe das damals noch umgesetzt und ich habe krass angefangen zu trainieren. Ich bin voll, ich bin richtig groß geworden, richtig big. Ja, und also ich habe richtig viel gemacht quasi, um halt ja irgendwie diese Erkenntnisse, die ich damals hatte, irgendwie auch umzusetzen. Dann aber, als ich so oft da war, habe ich halt so viel gemacht und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das irgendwie umsetzen konnte. Ich habe das einfach nicht mehr, das war einfach nicht mehr, das war vielleicht auch einfach nicht die Zeit. Ich hätte vielleicht das einfach nicht machen sollen, so viel und so häufig, als ich da war. Und da gab es einfach nichts, was ich hätte irgendwie für mich so konkret so in der Form, es hätte umsetzen können. Aber ich bin einfach diesem Zustand halt hinterhergerannt. Und ich glaube, auf diese Art und Weise kann man sich sehr leicht verlieren, weil du denkst so, also ich meine, red mal mit jemandem über Psychedelika. Alle sind immer so, sobald sie sie gemacht haben, sind sie meistens krass pro, so ganz extrem pro. Da gibt es ganz wenig Middle Ground, ganz wenig Leute sind so, ja, so und so. Aber ganz oft sind die Leute hier, also, ey, das musst du machen. Und die verlieren ganz oft, habe ich das Gefühl, so total diese Verhältnismäßigkeit. Und die verlieren ihren Abstand zu der Sache und sind ganz oft so soaked in, irgendwie total so, ja, das ist es. Und das ist schon oft so ein Zeichen, wenn jemand so drauf ist, so, ey, ja, Psychedelika, ja. Dann so, wenn er davon redet, als wäre das so der heilige Gral, dann, dann, das ist der Moment, wo ich immer dann schon so aufpasse. So, okay, alles klar, da hat jemand, glaube ich, seine Erfahrung noch nicht integriert und hat noch nicht ganz verstanden, worum es geht. Worum geht es denn? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache. Ich weiß auf jeden Fall, dass du deine, dass Ayahuasca dir keine, es ist keine Abkürzung. Es ist einfach keine Abkürzung. Und ich glaube, wenn du es viel machst, wenn du sehr viel Ayahuasca machst, dann wird es zu einem Umweg. Weil ich, ich habe das Gefühl gehabt, mich hat das überfordert, diese, mich hat das entwurzelt auf einer gewissen Ebene, dass ich das so häufig gemacht habe, dass ich es nicht integrieren konnte. Und dadurch war es wie ein Zusatzgewicht, was ich mir in meinen Rucksack reingepackt habe. Okay, also vielleicht so ein Meiner, so wie ich das dann sehe, wäre ohne Psychedelika, ist eben halt das normale Leben so, Durchschnittsleben. Wenn du Psychedelika richtig anwendest, vorsichtig, Set und Setting, Dosierung und so weiter, Integration beachtest, dann kann es eine Abkürzung sein. Und wenn du Dinge nicht beachtest und es zu häufig konsumierst, dann wird es ein Umweg. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Weil, ich möchte da noch mehr so irgendwie drüber sprechen. Kannst du irgendwie noch vielleicht von Geschichten erzählen, die du bei anderen Menschen oder auch vielleicht bei dir gesehen hast? Was sind so jetzt die Gefahren von zu viel Psychedelika? Wie genau kann es sich ausführen? Also du wirst, glaube ich, entwurzelt, wenn du halt eh schon nicht krass verwurzelt bist. Und dann dir halt noch mehr psychedelischen Input reinholst, kann dich das halt noch mehr verwirren, dass du halt gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, weil du halt einfach gar nicht bereit bist für dieses Level an Informationen. Oder, ja, dass du entwurzelt wirst, dass du wirklich verwirrt wirst, dass du einfach, dass dein Kopf sogar vielleicht noch lauter wird. Also ich habe das Gefühl, ich wurde echt so, ja, auf einer gewissen auch physischen Ebene irgendwie so ein bisschen entwurzelt und war noch mehr am Kopf einfach. Einfach, weil, ja, weil es zu viel war. Ja, also diese Entwurzelung ist, glaube ich, ein krasser Faktor. Ich glaube, wenn man das machen will, dann sollte man gut verwurzelt sein. Und wenn man es, gut, man kann jetzt nicht erwarten von jedem, dass er gut verwurzelt ist, wenn er sowas macht. Viele machen das natürlich auch gerade, weil sie überhaupt super lost sind und was finden wollen. Und wenn du halt merkst, du bist nicht gut verwurzelt, dann halt langsam und wenig einfach. Also, wie du es gesagt hast, halt Set und Setting, gut, Set und Setting ist eh so eine Grundvoraussetzung, das sowieso. Aber selbst mit gutem Set und Setting habe ich manchmal das Gefühl, wird oft die Integration dann irgendwie so ein bisschen fallen gelassen. Oder auch von Zeremonieleitern, auch von Leuten, die sich Ayahuaskeros nennen oder Schamanen. Und da wäre ich eh super vorsichtig mit dem Begriff, wer sich alles Schamanen nennt heutzutage. Das ist irgendwie eine witzige Korrelation. Seitdem diese Psychedelika, seitdem psychedelische Drogen so Mainstream geworden sind, gibt es überall Schamanen plötzlich. Da muss sich auch einer fragen, wie das passieren konnte. Jeder kennt auf einmal einen Schamanen. Ich gehe zu meinem Schamanen. Ja, genau. Das ist mein Schamane Holger. Ich meine, hey, Schamane kann auch Holger heißen. Also, das hat damit nichts zu tun. Aber ich meine, es ist halt schon auffällig, dass irgendwie seitdem psychedelische Drogen so Mainstream gelandet sind, dass plötzlich jeder seinen irgendwie einen Schamanen kennt. Seinen Schamanen hat. Ja. Ich habe in einem von deinen YouTube-Videos gesehen, dass du mal Ayahuasca genommen hattest und dann hast du dich irgendwie verlaufen. Oh, ja. Das fand ich richtig interessant, die Story. Also, ich habe sie nicht ganz angehört, weil ich dachte, ich frage dich jetzt persönlich nochmal danach. Kannst du vielleicht auch hier für den Podcast die Geschichte mal so von Anfang an erzählen? Okay. Also, ich war bei einem Gringo-Schamanen, der außerhalb von Iquitos lebt. Iquitos ist so eine Stadt im Amazonas, im Dschungel. Und der Typ hat ein eigenes Camp und der hat von Don Augustin gelernt, also den Typ, zu dem ich hingegangen bin. Und der macht halt so eine andere Ayahuasca-Mischung mit so Blättern, die halt viel mehr DMT enthalten. Weil er halt gesagt hat, der sagt halt so, the Gringo's want strong, so I give him strong. Und ich war halt damals noch so auf diesem Trip, so okay, es muss alles stark sein und so. Und der war auf einer Zeremonie bei dem Camp, wo ich war, hat da eine Zeremonie gegeben, bei der ich auch teilgenommen habe. Und die hat mich so in alle Richtungen zerrissen. Und ich war halt damals noch auf den Trip und dachte so, ja Mann, okay, der ist stark, das ist starke Medizin und so. Und dann bin ich halt auch mal zu dem gefahren ins Camp, weil ich noch mehr davon wollte. Und dann hatte ich halt die Zeremonie und die war auch ziemlich stark. Und danach saßen alle in der Hütte. Wir saßen halt nachts wieder im Dschungel in der Hütte und alle quatschen. Und irgendwie hat bei mir plötzlich die Wirkung, ich weiß nicht warum, also irgendwie plötzlich gegen Ende nochmal so richtig reingehoben. Also richtig. Alle saßen da und ich habe die nur angeguckt und irgendwie alle so blä, blä, haben geredet. Und ich gucke die an und das war einfach nur so, okay, ich kann die nicht connecten. Ich bin gerade total unterwegs. Und plötzlich ist mein Körper einfach aufgestanden, ist in das Camp reingelaufen und fängt halt an, durch das Camp zu laufen. Und ich war irgendwie in dem Modus. So, ich war das erste Mal in dem Camp und laufe das erste Mal so ein bisschen tiefer rein. Und ich habe auch niemandem Bescheid gesagt. Und ich laufe halt immer tiefer durch dieses Camp. Und ich war in diesem Modus, dass das, warum auch immer ich mir das in dem Moment so eingeredet habe, aber ich dachte irgendwie, der hat das Camp so aufgebaut, dass das wie so ein Abenteuerspielplatz ist für die Leute, die jetzt trippen. Und dann bin ich über so einen Balken balanciert, der über so einen See führt. Und dann bin ich halt über diesen See gelaufen und laufe halt immer tiefer und immer tiefer in dieses Camp. Und irgendwann komme ich halt an so einer Hütte an. Und das war halt die letzte Hütte. Und hinter der Hütte war einfach nur so eine Wand aus Dschungel. Und ich halt immer noch gar nicht im Reflektieren oder so. Ich stehe halt vor diesem Dschungel. Und war halt einfach nur fasziniert und fange halt an, querfeldein zu laufen. Also kein Fahrt oder so, sondern wirklich querfeldein. Und ich laufe und laufe und immer tiefer. Eine Taschenlampe? Mit so einer ganz kleinen Mini-Taschenlampe, kurzer Hose, T-Shirt und sonst nichts. Also ich hatte kein Handy, gar nichts. Sondern nur so eine kleine, so eine, die man an den Schlüsselhänger fast dranmacht kann. So die Größe halt mit so einem, tatsächlich mit so einem Ding für einen Schlüsselanhänger. So echt kleines Teil. Und ich laufe und laufe und laufe. Und irgendwann so nach, ey, ich weiß nicht, Mann, ich hatte kein Zeitgefühl, vielleicht 20 Minuten oder so. So bin ich von der einen auf der anderen Sekunde, werde ich plötzlich so wach. Es war einfach nur so ein, oh fuck. Also einfach, und ich habe plötzlich so einen richtigen, also ich habe so einen richtigen, so einen ganz existenziellen Schock gekriegt. Weil mir klar wurde, Junge, du hast dich komplett, du weißt überhaupt nicht, wo du bist. Und mir war auch klar, ich bin kein Trampelfahrt, also ich bin kein Pfad gelaufen, den ich irgendwie zurückfolgen könnte oder so. Und in dem Moment habe ich sofort, sofort ganz krass Adrenalin ausgestoßen und so. Und bin halt erst mal losgerannt, einfach in irgendeine Richtung. Nicht zurück. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ich bin einfach in irgendeine Richtung gerannt. Und dann habe ich, ach genau, du hast recht, ja. Ich habe erst mal überlegt, ob ich, genau, das ist dem vorangegangen. Ich habe erst mal geguckt, ob ich zurücklaufen kann. Ich habe mich umgedreht und laufe und habe gemerkt, okay, Alter, das sieht alles gleich aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt von da oder ob ich von da oder von da gekommen bin, weißt du. Und dann habe ich die Panik gekriegt, weil dann bin ich angefangen, habe ich angefangen zu rennen. Bin ich angefangen zu rennen. Und fünf Sekunden später oder so, nach fünf Sekunden rennen, weil ich habe ja auf den Boden geguckt, damit ich nicht irgendwie stolper. Und ich renne und renne plötzlich mit meiner Fresse durch so ein ultra fettes Amazonas-Spinnennetz. Und ich habe direkt volle Kanne, hau mir in mein Gesicht, einfach richtig reingeschlagen. Einfach so instinktiv, weil ich wusste, ey, wenn da irgendwas ist in meiner Fresse, ich will einfach nur, dass es tot ist, sofort. Und dann habe ich noch mehr Panik bekommen und bin nochmal losgerannt. Und diesmal bin ich so drei Sekunden später durchs nächste Spinnennetz gerannt, einfach wieder mit der Fresse. Und ich hau mir wieder ins Gesicht, ja. Und dann war so, okay, habe ich so kurz, okay, ey, so, wenn ich jetzt noch einmal losrenne, dann finde ich hier wirklich nie wieder raus. Und dann habe ich halt so um mich herum geguckt und schaue so. Und dann war da halt eine Palme. Und ich dachte mir so, Alter, die Palme ist die einzige, die ich jetzt nach dem Weg fragen kann. Also, wen soll ich nach dem Weg fragen? Dann habe ich mich halt vor diese Palme gekniet und habe diese Palme so umarmt, habe die Augen zugemacht. Und sobald ich die Augen zugemacht habe, sofort auch wieder alles krass gemorpht und so. Und ich habe so, okay, ey, Digga, komm schon, sag mir einfach nur so den Weg zum Camp. Und irgendwie weiß ich nicht, ob ich mir diesen Impuls eingeredet habe oder ob ich echt einen bekommen habe. Aber ich bin dann halt in diese Richtung gegangen, von wo ich glaube, dass die Palme mir das gesagt hat. Und ich laufe und laufe und irgendwie nach, weiß nicht wie lange, irgendwann komme ich an so eine Lichtung an. Da ist irgendwie ein Baum umgefallen, hat noch einen Baum mitgenommen und dann konnte ich halt so in den Himmel gucken. Und ich gucke halt in diese endlos krasse Amazonas-Nacht, weißt du? Und ich stehe einfach nur da und die Info, genau, die Info muss ich noch sagen, im Camp war ein Hahn. Da war so ein Hahn halt, ne? Und ich stehe da und ich frage immer so, ey, lieber Gott, was willst du von mir? Und gucke einfach so in den Himmel, ne? Und in dem Moment höre ich in der Ferne einfach nur so ein... Und ich dachte so, oh mein Gott, Alter, bitte noch einmal und wieder sofort. Und dann dachte ich mir, geil, jetzt kann ja nichts Schlimmes mehr passieren. Jetzt weiß ich, in welche Richtung ich laufen muss. Und dann laufe ich in die Richtung und laufe und laufe und laufe. Und irgendwann ging so ein Hang runter. Und ich konnte mich erinnern, auf dem Weg in den Dschungel rein, bin ich irgendwie so einen leichten Hang hochgegangen. Und dann dachte ich mir, oh, es gibt ja nur einen Hang im gesamten Amazonas. Ich bin wohl da und laufe diesen Hang runter und laufe so ein paar Meter. Und plötzlich bricht unter mir der Boden ein. Und weil ich bin auf so einer getrockneten Oberfläche von einem Sumpf gelaufen. Und das habe ich halt nicht gecheckt. Und plötzlich bricht unter mir der Boden ein. Ich stehe halt überknie tief halt in so einem Sumpf drin. Und ich kriege wieder Ultra-Panik. Und versuche halt irgendwie, mich da rauszuhieven. Und habe mich auf so einem, direkt neben mir lag, so eine Palme. Und das war das Einzige, wo ich mich so drauf retten konnte. Dann habe ich mich halt so auf diese Palme so drauf, also habe mich irgendwie aus dem Sumpf rausgedrückt. Auf diese Palme drauf, hat mich da so ein bisschen, ich stand dann halt auf dieser Palme, konnte mich aber nicht ausbalancieren, weil die Palme halt so dünn war. Und da musste ich mich halt irgendwo festhalten. Und das Einzige, woran ich mich festhalten konnte, war als nächstes stand da halt so eine, dass die heißen irgendwie Stachelpallen. Das sind halt einfach Palme, die haben einfach so 20 Zentimeter lange, richtig fette Stacheln. Das ist die Stachel, mit der sich dann Augustin bei der Arbeit auszusehen eine Sehne aufgeschnitten hat. Und seitdem ist seine Hand so ein bisschen am Arsch. Und jedenfalls stand ich dann da und musste halt diese Palme umarmen. und halt so, weil diese Dinger alle in mein Fleisch reingebohrt und ich stehe da, fange an zu bluten so. Und in dem Moment so dachte ich mir, okay, okay, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Und plötzlich kitzelt irgendwie mein Bein, Alter, fängt mein Bein an zu kitzeln. Und ich leuchte so nach unten. Und die Palme, auf der ich draufstand, auf der war ein Termitenbau. Und ich stand einfach mitten in diesem scheiß Termitenbau drin. Und in dem Moment, Alter, als so die erste Termite meine Eier erreicht hat, habe ich einfach in allen Tonlagen, in allen Sprachen einfach nur nach Hilfe gebrüllt. Und dann haben die mich gehört, weil ich wieder nah genug dran war anscheinend. Also Palme sei Dank, der Weg war richtig. Und dann, ja, genau. Und dann haben die halt Leute mit Macheten geschickt, so ein paar Dschungelarbeiter, die mich dann da rausgezogen haben. Aus dem Sumpf. Aus dem Sumpf, ja. Wärst du da nicht rausgekommen? Oder warst du einfach so voller Panik? Das kann ich nicht sagen, ob ich da rausgekommen wäre. Also ich war auf jeden Fall, weil der Sumpf war, glaube ich, relativ, also man hat es nicht so gesehen. Ich glaube, es war etwas größer. Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich versucht hätte zu laufen, wäre ich wahrscheinlich wieder in diesem Zeug gelandet. Also vielleicht wäre ich selber rausgekommen. Trotzdem war ich froh, dass die gekommen sind und mich halt zum Camp zurückgebracht haben, weil ich halt auch keine Ahnung hatte, wo das Camp jetzt dann im Endeffekt wirklich ist. Und das war meine krasseste Ayahuasca-Zeremonie im Endeffekt halt, weil ich halt da wirklich nicht nur kurz mit dem Tod konfrontiert wurde, sondern einfach über einen längeren Zeitraum. Und das war krass. Also das war wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so lange in meinem Leben so wenig Schwachsinn gedacht. Einfach. Ich bin wie Rambo durch diesen Junge gelaufen. Das war einfach nur so, ich war so pure Präsenz. Das war einfach nur so, einfach nur gucken, überleben. Wie komme ich hier raus? Komme ich jemals raus? Das war einfach nur so, ja, das war, ziemlich präsent war ich in dem Moment. Krass, ja. Und dann bist du zurück in Sharing Circle. Hast du von deiner Story erzählt? Ja, Mann. Das ist noch eine andere Geschichte. Da war dann einer, der wollte mir dann aufs Maul hauen. Das war ein komischer Abend einfach. Das war ein komischer Abend, ey. Wieso? Und der eine Typ, der dieses Camp mitge, da war so ein Typ, der war irgendwie mit bei der Zeremonie dabei. Und ich glaube, so ein Australian, der wohnt auch in dem Camp oder so. Und der war halt da. Und dann gehe ich halt so zurück in dieses Camp-Ding, in dieses, wo halt die Zeremonie war, in die Zeremonie-Hütte. Und dieser Australier hat halt gerade mit so einem Ami geredet, irgendwie, die haben sich miteinander unterhalten. Und ich kam gerade so von hinten. Und ich habe mit dem einen Ami schon vorher eigentlich ganz coole Vibes gehabt und lege so meinen Arm auf ihn drauf. Und er kriegt voll den Schock. Also er erschreckt sich einfach mega, weil er mit mir wahrscheinlich gerade nicht gerechnet hat. Plus er ist auch auf Iowa-Oscar halt. Und dann der Typ der Australier, mit dem er gerade geredet hat, plötzlich springt aus seinem Stuhl auf, guckt mich an und brüllt mich irgendwie nur an. So, come on, bla, bla. Und war direkt so in Fight-Modus, weißt du. Und ich halt noch so voll, gerade aus dem Dschungel, weißt du, gucke den halt an und lache halt einfach, weil ich halt einfach irgendwie, das kam einfach hoch. Ich habe den halt einfach irgendwie ausgelacht. Und ich war gar nicht im Fight-Modus, halt so null, weißt du. Das ist einfach komplett an mir abgeprallt irgendwie. Ja, und dann hat der mich irgendwie noch ein bisschen angepöbelt. Und dann bin ich einfach pennen gegangen. Also es war ein komischer Abend, Alter. Es war echt ein komischer Abend. Ein komischer Abend, so könnte man es auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, ich finde so, Extremsituationen auf Psychedelika, das ist schon, also das ist schon etwas, das brennt sich dann auch richtig rein. Ja. Also das ist so, ich habe da auch so ein paar Erfahrungen, Echt, was zum Beispiel, was ist für dich eine Situation, die sich krass eingebrannt hat? Also wenn du dich verletzt zum Beispiel. Oh, ja. Oder wenn du... Hast du dich verletzt? Ich habe mich schon verletzt. Auf Psychedelika? Auf Psychedelika. Was war es? Das ist eine längere Story, die muss ich mal irgendwann mal sharen. Okay. Die hebe ich mir noch ein bisschen auf, diese Story. Okay. Aber letztendlich habe ich, ich habe davon auch eine Narbe gekriegt, also es war schon eine größere Verletzung und ich erinnere mich wirklich noch an jede Millisekunde. Ja. An jedes, jede, also jetzt wahrscheinlich jede Bewegung, aber wirklich, wie halt, so entsteht wahrscheinlich, was entsteht, nicht posttraumatische Belastungsstörung. Trauma. Trauma. So entsteht ein Trauma, wenn du es nicht, also wenn, das ist so eine starke Belastung, so eine starke kognitive Energie, wenn du die sozusagen, weil du noch zu jung bist, oder weil du generell nicht mit sowas umgehen kannst, dass dann dein Gehirn eventuell sagen würde, pass auf, das ist so krass, nee, das muss weg. Ja. Ich glaube, als Kind bist du ja sowieso immer in diesem Zustand, immer, also man nennt es auch das Primärbewusstsein, in dem sehr assoziativen, offenen Zustand, dass einfach alles nur reinkommt und wenn dann halt so eine riesen Ladung reinkommt, wie, dass deine Eltern sich vor dir streiten, oder dass dein, keine Ahnung, dass dich irgendwie anmotzt, so wie der eine Typ, der dich jetzt angeschrien hat, wenn du, wenn der das gemacht hätte, wenn du so mit dem Kind ja redest, dann kann es sein, dass das irgendwann so eine Bewältigungsstrategie entwickelt und einfach sagt, das kommt weg. Ja. Und das habe ich, ja, das habe ich auch so ein paar Mal erlebt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, woraus ich raus wollte. Es ging darum, diese extreme Erfahrung. Genau, extreme Erfahrung auf Psychedelika. Oder Fahrradfahren auf Psychedelika, das ist auch irgendwie was Cooles. Bicycle Day. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin noch nie Fahrrad gefahren auf Psychedelika. Musst du mal machen. Das ist richtig geil. Ja. während du fährst, merkst du es ja gar nicht so arg. Also zum Beispiel auch, als du durch den Dschungel gerannt bist, du hast ja keine Gedanken währenddessen. Ja. Oder auch, du bist da gar nicht so drauf dann sozusagen. Aber erst als du den Baum dann wieder umarmt hast, merkst du es wieder. Und so ist es ja ganz oft, wenn Menschen rausgehen und eine psychedelische Substanz konsumieren, wandern gehen, rumlaufen gehen und nach einmal bleiben sie mal stehen und setzen sich hin, legen sich hin und auf einmal kommt das alles über sie und sie wollen gar nicht mehr weiterlaufen. Also wenn die Dosis hoch genug ist. Und von deinem Ayahuasca, also wenn du jetzt mal von deinem Ayahuasca mal weggehst, dass du da ganz schön viel gemacht hast, im Dschungel, hier Ayahuasca genommen. Ja. Du interessierst dich halt generell für Psychedelika. Es ist jetzt nicht so, dass du nur Ayahuasca genommen hast. Ach so, nee, nee. Alles mögliche, Mann. Ich bin voll tief da reingegangen. Das war halt für mich damals echt. Ich dachte, das ist mein Weg, weißt du? Zwischen 18 und? Zwischen 16 und 25 wahrscheinlich oder 24. Krass, weil ich habe mit 24, 25 angefangen damit. Ja, Gott sei Dank, Alter. Ja, wer weiß. Und findest du, du konntest du Sachen gut dadurch lösen? 100%. 100%. Also deswegen mache ich das ja auch, weil ich so davon überzeugt bin, dass es so viel bringen kann. Aber ich empfehle ungern das für Menschen, die jünger sind, als ich damals war, weil ich damals keine Expertise habe. Ja. Und was du vorhin gesagt hast, das halte ich für so wichtig, dass du irgendeine Wurzel hast. Dass du sozusagen, wenn es dir richtig scheiße geht, ey, dass irgendwas dich auffängt. Ja. Dass du zu Leuten gehen kannst, dich mitteilen kannst. Auch wenn ich sagen muss, das hatte ich damals. Ich hatte es, aber ich konnte es nicht wahrhaben. So war es bei mir vielleicht. Ich konnte die Wurzeln gar nicht sehen und durch Psychedelika konnte ich dann die Wurzeln erstmal wahrhaben. Ja. Ich habe gemerkt, ey, das sind ja Menschen. Ja. Ich frage, wieso ignoriere ich die? Wieso bin ich so egoistisch? Ja. Wieso schaue ich immer nur auf mich? Ja. Das hat mir richtig viel gebracht. Geil. Und bist du, würdest du sagen, weniger egoistisch geworden? Auf jeden Fall. Echt jetzt. Krass. Voll geil. Ich habe ja auch erkannt, also ich habe erstmal erkannt, dass ich egoistisch bin. Ja. Das finde ich ja immer das Schöne an dieser Schattenarbeit, hat es ja genannt, bei Psychedelika, dass deine Anteile, die nicht so positiv assoziiert werden, auf Egoismus oder wenn du irgendwie gemein bist zu anderen oder was gibt es da noch, heuchlerisch, ganz viele Sachen, die wir ja alle irgendwie sind. Ja. Wir alle sind egoistisch. Ja. Es gibt, meiner Ansicht nach, keine selbstlose Tat. Es ist nicht selbstlos. Du kannst nicht 100% selbstlos agieren. Meine Meinung? Ich bin noch nicht 100%. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Und da habe ich dann, kennst du das, wenn du zum Beispiel arrogant, egoistisch, wenn du irgendwas genannt wirst und du sagst so, ich bin das doch gar nicht. Ja, ja. Und du verteidigst dich so. Ich bin das doch gar nicht. Und dann verstehst du nicht, dass du auf jeden Fall irgendetwas gemacht hast, was die andere Person als das subjektiv wahrgenommen hat. Das heißt, wie kannst du jetzt überhaupt sagen, dass du es nicht bist, wenn ein anderer Mensch es so empfindet? Weil du kannst ja nicht sagen, was, also du lebst ja in einer Welt, also wir leben ja in einer Welt, in der eine persönliche Eigenschaft erst zur persönlichen Eigenschaft werden kann, wenn sie von Menschen auch so gesehen werden kann. Wenn du der einzige Mensch auf der Welt bist, dann fragst du dich ja gar nicht, bin ich egoistisch? Ja, ja, natürlich. Das fragst du dich dann gar nicht. Das heißt, entsteht erst durch andere. Das heißt, wenn andere Menschen dir sagen, du bist egoistisch, dann bist du sie auch. Ich glaube, deswegen ist es auch so krass wichtig, dass man, egal ob man jetzt Psychedelika nimmt oder nicht, dass man einfach ein stabiles Netz aus Leuten irgendwie hat. Und wenn es nur zwei sind oder so, oder sogar einer oder eine, aber irgendwie dieses Einzelkämpfertum ist halt so zum Scheitern verurteilt. Warst du auch, bist du ein Einzelkämpfer gewesen oder jetzt? Wie ist das bei dir? Ich glaube, ich war mehr ein Einzelkämpfer, auch wenn ich damals viele, viele Freunde hatte. Aber diesen, ich habe das Gefühl, diesen Weg, den ich so gegangen bin, da konnte ich halt nicht, da konnte ich halt niemanden so richtig mitnehmen von denen damals. Also, als ich so 18 war, weißt du? Und bis ich dann, ach man, das hat Jahre gedauert, fuck, bis ich irgendwann so richtig stabile, bis ich Freundschaften hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt, ich kann wirklich alles sagen. Ich kann wirklich alles sagen. ey, das ist bei mir gar nicht mal so lange her, dass ich diese Freundschaften habe. Die habe ich echt so seit, als ich angefangen habe, Radical Honesty Workshop, nachdem ich auf meinen ersten Radical Honesty Workshop gegangen bin. Da habe ich das überhaupt erst kennengelernt, dass man sich so krass öffnet. Was ist das? Radical Honesty? Radical Honesty, das ist eine Kommunikationsform von Brad Blanton, wird die gelehrt. Also, der hat das Buch auch geschrieben, Radical Honesty. Er hat auch einen TED-Talk darüber gehalten, das ist ein ziemlich großes Ding. Und der gibt halt so Workshops und da geht es im Endeffekt einfach nur darum, dass du dich halt radikal ehrlich mitteilst. Dass du radikal ehrlich genau sagst, was geht dir durch den Kopf, was fühlst du dabei, dass du das einfach hundertprozentig transparent machst. Und das war für mich halt ultra, ultra, die krasse Sache halt einfach. Dann bin ich halt auf einen Radical Honesty Workshop gegangen, war ich dann in Denver auf einem Neun-Tages-Workshop und dann habe ich auch bei Brad drei Monate gewohnt, der diese Workshops gibt und habe halt vier, fünf von diesen Workshops gemacht und das Buch gelesen und bin halt damals richtig tief da so rein. Und ich merke, dass das bis heute eins der krassesten, wichtigsten Unterschiede in meinem Leben gemacht hat, auch, dass ich das gemacht habe. Weil, wenn du so, wenn du lost bist, selbst wenn du nicht lost bist, wenn du nicht lost bist, dann hast du auf jeden Fall gute Freunde. Es kann einfach nicht sein, dass du nicht lost bist und keine guten Freunde hast. Das glaube ich einfach nicht. Und entweder so oder, und wenn du lost bist und dann auch noch keine Freunde hast, wo du dich wirklich, wirklich ehrlich mitteilen kannst, wirklich ehrlich. Das ist wie, als würdest du, ich habe das Gefühl, wenn du dein Päckchen selber tragen musst und mit niemandem hast, mit dem du darüber reden kannst, das macht das Päckchen irgendwie so zehnmal schwerer. Weil du, du, du kreist dich, also ich kann nur von mir berichten, irgendwann habe ich mich nur noch um meinen Bullshit gekreist. Weißt du? Und das ist auch, das ist, das ist auch noch egoistisch. Das ist auch noch egoistisch, weil du, dein ganzes, nur noch du, meine Baustelle, meine Themen, mein, oh scheiße, mein Leben. und ey, und dann irgendwann habe ich halt mit diesem Radical Honesty Kram angefangen. Jetzt, wo ich drüber rede, ich denke mir irgendwie, Alter, ich musste alle menschlichen Basics, musste ich mir irgendwie, habe ich das Gefühl, irgendwie selber drauf schaffen, so im Nachhinein, im späteren Verlauf meines Lebens. Und das ist voll, ja natürlich, das ist irgendwie gut, dass ich es gemacht habe und mache, aber auch irgendwie denke ich, ey Mann ey, ich hätte es auch echt einfacher haben können. Aber naja, es ist halt so, wie es ist. Es ist bei mir genauso. Ja. Es ist bei mir genauso, dass ich irgendwie mit 18 angefangen habe, ah, man kann Leuten die Tür aufhalten. Weißt du, so Basics, ich hatte keine Ahnung. Ich habe da eine Ausbildung angefangen, das ist halt so ein präsentes Beispiel in mir, da gibt es mehrere Sachen. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt zu jemandem im Büro auf jemanden zugehe, dann stelle ich mich nicht einfach hinter seinen Schreibtisch, neben ihn direkt, sondern warte erstmal vor dem Schreibtisch, bis die Person ready ist für mich. Aha. Oder ich laufe durch eine Tür und hinter mir läuft jemand und ich halte die jetzt nicht kurz auf oder so, ich laufe einfach durch. Ah, krass. Das sind ganz viele Basics, die ich in meiner Kindheit, in meiner Kindheit nie gelernt habe, aber nicht, weil meine Eltern mir das nicht beigebracht haben, sondern weil ich mir nichts beibringen lassen wollte. Aber die Frage ist auch, warum? Weil ich absolut alles gegen alles. Ich hatte eine ganz rebellische Kindheit, in der ich gesagt habe, nein, nein, also da habe ich alles schon ganz gut aufgearbeitet und so, passte alles ganz gut, aber jetzt so retrospektiv ist es so, genauso wie bei dir, dass ich dann, aber auch, wie ich es wollte, mir Dinge beibringen konnte. Das heißt, ich finde das auch irgendwie, also ich fand es gut, dass ich mir jetzt Dinge beibringen konnte oder auch die Motivation hatte, mir Dinge beizubringen, die jetzt zum Beispiel aus meinem Elternhaus nicht so vermittelt wurden, weil wäre ich von meinem Elternhaus jetzt voll eins zu eins eben bespielt worden, meine Festplatte, dann wäre die vielleicht schon so in eine Richtung gedrängt, dass ich mir dann gar nicht mehr überlegt hätte, was ich, wer ich sonst noch sagen könnte. Also bei mir war es so, ich war verwurzelt in der Kindheit, dann in der Jugendwurzeln weg und dann habe ich die Wurzeln später zwischen 18 und bis jetzt so langsam wieder aufbauen können, aber auf meine Weise, so auf meine Art von Baum, so mein Holz, mein Zeug. Und das sage ich auch was Geiles. Ja. Irgendwie. Ja. Oder nicht? Ich überlege gerade. Also ich glaube, wenn man es gut hinkriegt, dann ist es geil. Wenn man es, ja. Ja, also du hast es ja gut hingekriegt. Ich finde, das klingt... Wahrscheinlich. Ja, du klingst auf jeden Fall ziemlich gesettet. Set und setting. Set und setting. Set und setting ist gesettet. Diese Radical Honesty, das, was du jetzt da gelernt hast, das ist auch etwas, was ich in meinem Leben, also bei mir ist, also Wertedefinition, mein erster Wert ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist so mein Nummer eins Wert, deswegen stehe ich da voll dahinter. Aber was denkst du, was sind denn so die Limits von Ehrlichkeit, Radical Honesty? Also ein klassisches Beispiel, deine Freundin fragt dich, wie ihr neues Kleid aussieht. Sieht eigentlich richtig nicht so geil aus. Das Kleid sieht gut aus, aber du bist hässlich. Deswegen jetzt die Frage, wo ist das Limit von Radical Honesty? Oder auch so ein, das habe ich dem letzten mit einem Kumpel gesprochen, dieses, ach wie hat er das nochmal ausgedrückt, irgendwie, manchmal ist es gut zu lügen. Also wenn, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß, was du meinst. Brad redet ja auch voll viel darüber, weil es ist ja, wir lügen ja auch voll oft, um vermeintlich andere zu schützen. So vor unserer Wahrheit, weil wir glauben, unsere Wahrheit ist zu krass. Unsere Wahrheit kann keiner handeln. Und oft ist es aber einfach nur so, dass man Angst hat vor der Reaktion, des Anderen. Also oft verkaufen wir unser, oh, ich will den Anderen schützen, eigentlich, was in Wahrheiten, ich will mich schützen. Weil wenn ich dem jetzt die Wahrheit sage, ist der vielleicht so sauer und dann vielleicht ist das und das die Folge davon. Vielleicht geht der nicht mehr in Kontakt mit mir. Ich stehe vielleicht alleine da, wenn ich das dann gesagt habe. Also oft ist dieser, dieses vermeintliche, andere Menschen vor der eigenen Wahrheit schützen, eigentlich nur ein Selbstschutz. und wir verkaufen uns das halt nur oft als, ja, ich will den Anderen nicht verletzen. Und oft wollen wir einfach nur nicht selbst verletzt werden. Deswegen halten wir dann die Wahrheit zurück. Und ja, natürlich gibt es auch Beispiele, wo es einfach unnötig ist. Wenn ich jetzt in der Bahn sitze und da sitzt neben mir jemand und die hat irgendwie 20 Kilo zu viel auf dem Rippen, dann brauche ich der das nicht auch noch irgendwie auf die Nase binden. Wenn sie dich fragt? Ja, wenn sie mich fragt, dann sage ich es ihr. Aber wenn sie, wenn dann ein random Mensch oder so, jemand, mit dem ich keine wichtige Beziehung auch habe, wo ich das Gefühl habe, das ist nichts was zwischen, man muss immer fragen, so finde ich, ist das, wenn ich das jetzt nicht sage, steht es zwischen mir, steht es zwischen der Beziehung, zwischen mir und einem anderen Menschen. Wenn das irgendein random Mensch ist, dann brauche ich ihn noch nicht in den Tag versauen. Was soll das? Ich habe nichts davon, die Person hat garantiert nichts davon. Das heißt, ich werde diesen Menschen vielleicht nie wiedersehen. Da ist überhaupt gar kein Mehrwert in meiner vermeintlichen Ehrlichkeit. Das heißt, das kann man natürlich auch und der Witz ist, bei radikaler Ehrlichkeit geht es eigentlich immer mehr dazu, wieder zu seiner ursprünglichen Ausdrucksweise zu kommen, die halt unzensiert ist, aber trotzdem natürlich in Kontakt mit der Wahrheit, des Moments. Und wenn du zum Beispiel irgendwie ein gewisses Anstandsgefühl hast oder ein gewisses Gefühl von ich möchte den anderen wirklich nicht wehtun, dann ist das ja auch Teil deiner Wahrheit. Wenn du jetzt gegenüber, wenn da jemand ist und du willst den, ein guter Freund von dir und du willst den nicht verletzen, ist es ja auch Teil deiner Wahrheit. Und das kannst du ja mit reinnehmen in die Gleichung. Du kannst ja sagen, ey Bro, ich will dich jetzt nicht verletzen oder so, du weißt vielleicht, weißt du nur, ich will es dir nur sagen, weil ich, keine Ahnung, es liegt mir auf dem Herzen und ich werde es nicht los und ich habe das Gefühl, es stört mich immer wieder, aber du stinkst aus dem Maul zum Beispiel. Und ich meine, bei Freunden, sowas kann man eher ohne das lange Intro sagen, sagst du einfach irgendwie. Du kannst auch beim Team-Meeting im Büro sagen. Beim Team-Meeting im Büro vor allen anderen, ja. Genau, und da würdest du zum Beispiel wahrscheinlich auch anders agieren. Wenn du jetzt im Team-Meeting im Büro bist, ist eine andere soziale Situation, als wenn du mit deiner Mutter redest oder mit deinem besten Kumpel auch wieder eine ganz andere Situation. Und ja, ich würde sagen, ich bin seitdem, seitdem ich all diese Sachen gemacht habe, deutlich ehrlicher geworden und musste das auch am Anfang erst mal lernen, das zu tarieren. Ich habe Leuten auf jeden Fall richtig krasse Sachen gesagt, die für die zu krass waren, die die auch verletzt haben. Safe. Das ist mir sogar erst vor gar nicht allzu langer Zeit passiert. Da hat mir ein Mensch gesagt, dass ich ihn krass verletzt habe, was ich gesagt habe. Und für mich war das, ich dachte, krass für mich, ist das gar nicht so krass. Ich dachte einfach nur, ich bin ehrlich und teile das mit. Passiert mir die ganze Zeit. Ja, okay, ja. Und, aber das ist auch gut, das ist ein gutes Zeichen, wenn dir sowas immer wieder mal passiert, finde ich. Also ich mag das, wenn Leute mir Sachen eher hinknallen als. Das ist dann so die Frage, wenn dir jetzt ein paar Leute sagen, hey, das hat mich verletzt, wie viele sagen es dir nicht? Ja, bestimmt sagen es dir auch einige nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall wahrscheinlich so, also ich bekomme es ab und zu mit, aber ich bekomme es dann auch immer auf so eine positive Weise, mit dem Sinne von, hey, es hat mich verletzt, aber es hat mir zu denken gegeben. Das ist doch dann gut, weil die Wahrheit tut, verletzt einfach. Also verletzt heißt ja nicht gleich schlecht. Ja, natürlich nicht. Genau. Wir leben ja in einer verletzlichen Welt. Genau. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Verletzen nicht automatisch schlecht ist. Also Brad sagt immer, lass dich verletzen und verletze andere. Alles klar. Und deswegen, also ich glaube, es kommt immer drauf an, natürlich so, man kann auch einfach nur ein Wichser sein. Das ist ja klar, es gibt Leute, aber das ist auch nicht unbedingt Ehrlichkeit, wenn man so ein grießgrämiger Wichser ist, der ständig Leute beleidigt und runtersetzt oder so, das hat auch nichts mehr mit Ehrlichkeit dann zu tun, sondern es ist halt auch einfach nur irgendwie so eine Ego-Struktur, die sich selbst beschützt irgendwie. Also da muss man halt schon wachsam sein, irgendwie mitzukriegen. Warum sage ich das, was ich jetzt da sage und warum nicht? Aber das auch nicht zu so einer krassen Hirnwichserei zu machen, weil am Ende des Tages geht es ja bei Radical Honesty und radikaler Ehrlichkeit darum, eben eine entspanntere Kommunikation zu haben, einfach lockerer zu sein, mehr du selbst zu sein. Und dann halt auch dadurch, dass du mehr du selbst bist, kriegst du mehr Reaktionen, mehr Höhen, mehr Tiefen. Aber ja, ist halt so. Was würdest du sagen, sind noch so andere wichtige Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, die dich in deinem Leben weitergebracht haben, abgesehen jetzt von dem? Weil du hast ja auch gesagt, du interessierst dich auch für Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen, was ist für dich so der, was sind so für dich die wichtigsten Faktoren? Die wichtigsten Faktoren, die allerwichtigsten Faktoren sind für mich mittlerweile so Routinen. Einfach, dass ich Routinen habe, dass ich aus meiner Lostheit rauskomme, indem ich halt meinen Tag ein bisschen selbstbestimmt gestalte, indem ich aufstehe und sage, okay, jedes Mal, wenn ich aufwache, bevor ich zum Beispiel an mein Handy gehe, meditiere ich erst mal und bete. Das mache ich jedes Mal, bevor ich auf mein Handy gucke. Einfach, einfach, dass der Tag mir gehört, dass ich nicht aufwache und sofort rausströme in die Welt und einfach schon, jetzt schon eigentlich nur ein Opfer von irgendwelchen Schaltkreisen bin, weißt du? Also Routinen sind für mich das Wichtigste eigentlich, dass ich Routinen habe. Und selbst, wenn es kleine sind, die ich morgens und abends habe. Einfach, und ja, und für mich wird immer, ich werde immer konservativer, je älter ich werde. Und je mehr ich versuche, mein Leben dem eine positive Wendung zu geben, desto mehr merke ich, desto mehr, konservativer werden meine Werte. Aber nicht konservativ in so einer Ängstlichkeit, sondern einfach, dass ich merke, es gibt traditionelle altbewährte Werte, die gibt es aus einem Grund. Es ist ein Grund, warum es geil ist, sein Zimmer in Ordnung zu halten. Es ist ein Grund, warum es geil ist, irgendwie so viel Geld zu verdienen, dass du dir halt irgendwie das leisten kannst, was du machen möchtest. Es gibt einen Grund, warum, ja, warum, warum halt Disziplin zum Erfolg bringt und nicht irgendwie heute mal das machen und morgen mal das, sondern halt immer wieder Disziplin in die gleiche Richtung. Das sind, also, vor allem Disziplin, auch sau wichtig. Also ich glaube, du sprichst da auch ganz klar so die Sicherheit und Freiheit Geschichte an, dass jüngere Menschen tendenziell mehr auf Freiheit stehen und umso älter du bist, umso mehr auf Sicherheit. Deine Werte werden immer sicherheitsfokussierter. Ich sehe das, also ich habe das Gefühl, mein Freiheitsbedürfnis ist immer noch das Gleiche, nur ich merke, ich kann Freiheit nicht erlangen ohne Disziplin. Für mich geht es Hand in Hand. Für mich sind diese verwirrten Hippies, die auf irgendwelchen Festivals in Sri Lanka rumhüpfen, die irgendwie schon Kakerlaken in ihren Rasters haben und irgendwie nicht so richtig wissen, so wo ist ihre Kohle, ja, ich mach mal hier, mal da. Es gibt bestimmt Leute, die genießen das auch richtig, aber ich habe viele gesehen, die verkaufen sich das nur als Freiheit und eigentlich ist es einfach nur Lost sein und denen nicht in die Augen gucken wollen. und das kann man sich auch natürlich als Freiheit verkaufen. Es sieht aus wie Free Spirit, ist aber eigentlich Ungeerdetheit. Und Disziplin sieht aus wie irgendwas Cooles, ist aber auch Sicherheit. Es gibt dir die Sicherheit, dass du die Dinge erreichst. Genau. Aber darin liegt auch eine Freiheit. Darin liegt eine unheimliche Freiheit. Weil wenn ich auf mich zählen kann, wenn ich weiß, ich mache heute das, was ich mir vornehme, ich mache morgen das, was ich mir vornehme, das ist das, was mir die Möglichkeit gibt, mein Leben zu gestalten. Richtig? Eine neue Art von Freiheit gibt dir das. Ja, genau. Das sage ich immer wieder, gerade beim Thema Commitment auch. Commitment heißt ja sozusagen, ich lege mich fest. Ja. Ich lege mich fest für diesen Tee, den ich mir, diesen Teebeutel, ich lege mich fest für dieses Gericht im Restaurant, ich lege mich fest für diese Arbeitsstelle, ich lege mich fest für diese Frau und so weiter. Und oft sind wir dann eben so, na, wenn ich mich jetzt aber da festlege, was ist denn mit all den anderen Dingen, die ich dann verpasse? Ja. Aber wir verstehen nicht, dass sobald ich mich auf diesen Tee jetzt hier festgelegt habe, habe ich endlich wieder ganz viel andere kognitive Energie und ich kann ganz viele andere tolle Sachen machen, weil ich mich nicht mehr mit der scheiß Frage beschäftigen soll, ob die Frau, für die ich mich in meinem Leben entschieden habe, ob das die richtige war. Ja. Das ist so einschränkend. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, wenn ich mir alle Freiheiten immer offen lassen will. Das ist ja einschränkend. Ja. Ja, total. Ja, man kommt in so eine Paralysis einfach, weil du, wie du sagst, deine Auswahl. Ja, genau. Das kommt ja auch dieses, das hat auch energetisch eigentlich eine sehr schöne intrinsische Bedeutung, wenn du das Wort Entscheiden nimmst, ist das diese Trennung, diese Scheidung, diese Trennung, nicht mehr zu haben, dass du plötzlich wieder, dass die Energie ausgerichtet in eine Ecke kann halt irgendwie. Und weil, wenn du dich nie entscheidest für irgendwas, bist du innerlich die ganze Zeit zerrissen, weil du versuchst, dir alles offen zu halten. Das geht halt nicht. Und wir wollen ja, ich will so frei flown, ich plane nichts, ich kenne nicht ganz viele Menschen. das ist das Schlimmste. Es ist, glaube ich, nicht so gesund. Nee, nee, es ist das Schlimmste. Es ist das Schlimmste. Ich war ja selber so, ich weiß, ich war ja genau so, weil ich halt einfach nie arbeiten wollte richtig. Also ich meine, ich habe immer viel gearbeitet, so nicht in dem Sinne, aber ich war immer nie so richtig zielgerichtet, vor allem mit meinen selbstständigen Sachen und so. Und du kommst einfach nicht drum rum. Du kommst einfach nicht drum rum, wenn du irgendwann erwachsener Mensch werden willst. Und was noch allerdings, was noch bei mir ultra viel ausgemacht hat, was auch nochmal einen krassen Brust gegeben hat, ist, dass ich aufgehört habe zu wechseln. Okay. Das hat, Alter, das hat Welten nochmal in Bewegung gesetzt. Und das muss ich auch jedem Typ, bei Frauen weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass Frauen bei Masturbation viel Energie verlieren, glaube ich nicht. Aber Typen auf jeden Fall. Und ich merke das einfach. Wie lange machst du das jetzt? Ich mache das jetzt seit September letzten Jahres. Und seitdem, Alter, ist halt nochmal so viel passiert. Und ich kriege so viel mehr auf die Reihe. Und merke halt auch, ich bin nicht mehr so ein krasser Sklave meiner Impulse. Früher bin ich zum Beispiel, wenn ich durch die Fußgängerzone gelaufen bin, besonders im Sommer, Digga, und ich sehe diese heißen Frauen. Und ich bin eh so einer, weil ich springe halt irgendwie so, also ich bin halt schon so, wahrscheinlich so ein bisschen sexsüchtig oder sowas. und damals, ich hatte einfach nicht, ich habe richtig gelitten, also ich bin ja richtig gelitten manchmal, wenn ich durch die Straße einfach nur gehe. Mir ging es einfach scheiße. Weil ich gucke diese Frau an und ich denke mir so, oh mein Gott, ich will sie haben. Und dann aber auch gleichzeitig, aber ich bin nicht gut genug, oder ich kann sie nicht haben. oder einfach so ein negativer Film. Weißt du, was ich meine? So richtig so, boah. Und ja, und das hat sich halt einfach voll gewandelt. Und ich habe seitdem viel mehr Sex, was auch ich so ein bisschen jetzt so langsam regulieren muss, weil das halt natürlich auch nicht so gesund ist, merke ich dann irgendwann. Aber ja, erst mal besserer Sex, mehr Sex und einfach mehr Impulskontrolle. Ich kann einfach mittlerweile wie ein Mensch durch die Fußgängerzone gehen und leide nicht dabei. Du wirst einfach nicht mehr in diese, hast du ja vorhin auch schon so gesprochen, wo die Routinen dir helfen, eben nicht mehr durch diese Automatisierung, durch dein Leben gezerrt. Oder auch so, wie du es bei Ayahuasca erzählt hast, wie du auf einmal aufgestanden bist und in den Dschungel gelaufen bist. Das ist immer so dieses, ja, dieses, dass dieser Film einfach ohne dich abgespielt wird. Du bist eigentlich gar nicht da. Und ich glaube, uns allen geht es voll oft so im Leben. so, wir sind eigentlich gar nicht da. Was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich in den letzten 10 Minuten passiert? So, als ich Auto gefahren bin. Wie irgendwie so komisch durchgekleidet. Ja. Das passiert die ganze Zeit im Leben. Und da ist Meditation, meiner Ansicht nach, so einer der besten Werkzeuge. Also ich glaube, ohne Achtsamkeit funktioniert das nicht. Ja. Du kannst dich da einfach nicht rausreißen. Ja. Und du hast es jetzt auch erwähnt, Meditation. Spielt das bei dir eine Rolle? Ja, ja. Morgens und Abends halt. Und ich merke, habe aber auch gemerkt, Meditation hat auch so krass seine Grenzen irgendwie ist mir aufgefallen. Also ich habe mir früher mal viel mehr davon versprochen, von Meditation. Ich wollte mich immer irgendwo hin meditieren, weißt du? So nach dem Motto, das war quasi Teil, Teil des Werkzeugs, um mein geilerer Nikolai zu werden halt. Ja. Und ich habe das so, auch so ein bisschen falsch benutzt. Ich habe das damals versucht zu benutzen, um jemand anders zu werden, als das, was ich da quasi im Alltag verkörpere. Und ich habe halt jetzt so langsam, glaube ich, merke ich immer mehr, ja, nee, du kannst halt mit Meditation, das Einzige, was du machen kannst, ist halt irgendwie wach sein und gucken, dass du im Alltag vielleicht noch mehr Bewusstheit reinbringst. Und das ist mir auch aufgefallen. Ich habe früher immer meditiert, morgens und abends. Und dann habe ich in Anführungszeichen meine Hausaufgabe gemacht und habe mich dann nicht mehr mit Präsentsein beschäftigt und dachte so, ah, okay, weil ich habe ja jetzt meditiert. Ja, ja, ja. So, was soll ich jetzt noch machen? Ich habe doch meditiert. Ich bin doch jetzt präsent und so. So, reicht doch. Und Schwachsinn, nee, du musst hier und jetzt während dem Gespräch, während du den Podcast sprichst oder zuhörst oder egal, was du machst, weil du pissen gehst, mitkriegen, dass du gerade pissen gehst. Ja. Und irgendwie vielleicht merken, wie sich deine Bauchdecke hebt und sinkt beim Atmen oder so. Einfach irgendwas machen, irgendwo irgendeinen Anker, wo deine Aufmerksamkeit hin kann. Und ich merke halt, bei mir ist es wahrscheinlich der Atem, ich versuche dadurch immer mehr einfach im Alltag immer wieder mehr zum Atem zu gehen und um einfach mitzukriegen, dass ich halt nicht das bin, für was ich mich da immer wieder halte. Und das ist so geil, das fällt dir dann auch immer viel mehr auf im Alltag, wenn du merkst, ah, ich bin jetzt achtsamer. Ich habe etwas mitgekriegt, das habe ich ja noch nie mitgekriegt. Ich hatte es gestern erst wieder. Ich trinke recht viel so Light-Getränke. Was meinst du? Fanta ohne Zucker. Ah, okay. Soda ohne Zucker mit Aspartam, mit Süßung. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Freunden darüber und das hat mir dann so zu denken gegeben, ich glaube, ich sollte da mal drauf achten, gar nicht mehr so viel trinken. Ja. Und dann habe ich gestern Abend oder so, ich weiß nicht, habe ich das so getrunken und dann hat so dieses, hat so dieses, die Flüssigkeit hat so die Zunge berührt und dann ist so dieser Rausch, das ist ja ein Rausch, also Süßes, Zucker ist immer Rausch, so dieser Rausch über mich kommt und dann kann ich den so ganz bewusst wahrnehmen, also ich meine, das mache ich eh öfters, aber einfach, das konnte ich zum Beispiel vor fünf Jahren nicht, mir den Rausch des Zuckers so richtig geben. Ja. Geil, boah, mein Gehirn, oh, das zieht so richtig durch. Und dann kam gestern aber so eine Abzweigung, kamst du dir so, halt, warte mal, was machst du hier? Und dann habe ich das so reflektiert und jetzt bin ich so auf dem Weg, dass ich das immer mehr beobachte und einfach weniger davon machen möchte, bis ich es vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr mache, diese Süßgetränke trinken. Und das ist Achtsamkeit für mich, dass du, egal was du machst in deinem Leben, dass du zum Beispiel auch, wenn du was integrierst, zum Beispiel, hey, ich möchte weniger Süßgetränke trinken oder ich möchte weniger Sex oder egal was du, in deinem Leben ändern möchtest, du brauchst die Achtsamkeit, weil du musst ja im Moment, in dem die Änderung notwendig ist, erkennen, ah, warte, jetzt muss ich was anderes machen. Ja. Das ist Achtsamkeit. Ja. Überwichtig. Ja. Voll. Und die kann man auch irgendwie nicht erzwingen, so richtig, habe ich das Gefühl. Das ist irgendwie so. Erzwingen. Also, ich habe das Gefühl, du kannst dich nur sehr bedingt zu achtsam, also wenn du zum Beispiel jetzt, also angenommen, du würdest jetzt dein Getränk trinken, deine Fanta Light oder was auch immer und du trinkst es und sagst, ich bin jetzt wieder präsent und kriege das jetzt mit. Ja. Ich habe das Gefühl, das wird schon wieder irgendwie ein bisschen sabotieren. Da kommst du auch gar nicht hin ohne Achtsamkeit. Also, du fragst dich ja in dem Moment dann nicht mal, ah, warte ja mal, jetzt muss ich bewusst wahrnehmen, weil um das sagen zu können, musst du ja schon wieder achtsam sein. Also, um die Achtsamkeit auf deine nächste Tat auslösen zu können, musst du ja wieder achtsam genug sein, um vor der Tat genau das tun zu können. Ja. Also, ich glaube, ohne Achtsamkeit bist du im Arsch. Ja, du bist im Arsch ohne Achtsamkeit auf jeden Fall. Du bist halt im Autopilot, ne? Und der Autopilot, der ist halt nicht von dir programmiert, sondern halt von deinen Eltern oder der Gesellschaft halt einfach rund Jahrtausende lang in Konditionierung und das ist halt meistens nicht gerade so die Deluxe-Variante der Konditionierung, die man so kriegen könnte. Und manchmal reicht die Achtsamkeit auch nicht mal, das ist mein Gefühl. So irgendwie, oder vielleicht bin ich nicht achtsam genug, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist eine saugute Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Reicht Achtsamkeit aus oder muss man sich manchmal einfach zwingen, gewisse Dinge? Disziplin. Disziplin. Das ist halt die Frage. Das ist das, wo ich immer noch keine eindeutige Ding für mich drauf habe, weil manchmal denke ich mir, ja, okay, ich könnte jetzt auch achtsam mir eine Flasche Wodka in den Arsch schieben, weil es über die Arschleimhäute krasser kickt anscheinend. Das machen die Alkoholiker in Russland so. Und, oder ich zwinge mich dazu, mir jetzt nicht die Flasche, also übrigens, ich habe mir noch nie eine Flasche in den Arsch geschoben, aber einfach nur ein extremen Beispiel. Nee, noch nie. Ich weiß, ich bin voll der Loser, aber ich habe mir noch keine Flasche in den Arsch geschoben. Das hätte ich echt nicht erwartet. Krasser Lauch. Du wirst mich direkt aus deinem Podcast hier werden nur Leute interviewt, die sich auf jeden Fall schon mal eine krasse Flasche in den Arsch geschoben haben. Nee, und da frage ich mich halt auch, muss man manchmal vielleicht einfach sagen, okay, weißt du was, fuck this awareness shit, man, ich mache das jetzt einfach nicht und zwinge mich dazu. Aber, meiner Erfahrung nach ist, wenn du dich, das ist wie so ein Luftballon, Alter, wenn du so ein Luftballon hast und du drückst auf der einen Seite die Luft ab, dann pluppt die auf der anderen Seite wieder raus. Das ist so eine Verlagerung, Suchtverlagerung. so. Und ich habe das Gefühl, wenn du dich zu Sachen zwingst, das funktioniert immer nur in dem Moment, dass du halt dann quasi diese Sache nicht machst, die du eigentlich, aber das ploppt dann immer wieder an der anderen Stelle wieder raus. mir kommt da vor, so Rauchen aufhören oder sowas. Oder jetzt auch hier diese Süßgetränke. Also letztendlich eine Sucht, ein Suchtverhalten, in meiner Welt auf jeden Fall ist es so ein ungestilltes Bedürfnis, dass du damit eben stillst. Aber nur weil du es dann nicht mehr machst, ist das Bedürfnis ja nicht gestillt. Genau. Also du machst es ja nicht einfach einfach nur so. Du willst dich ja gut fühlen, weil du dich nicht gut fühlst. Richtig. Das heißt, das muss man ja irgendwie ändern. Und deswegen, was bringt dir das, dass wenn du achtsam bist, du willst aufhören zu rauchen, dann nimmst du so die Zigarette und jetzt bist du achtsam und merkst so, halt warte mal, das will ich gar nicht mehr. Aber was bringt dir das dann, wenn dein Suchtverhalten so stark ist, dass du die einfach trotzdem rauchst und dich dann selbst dafür fertig machst, dass du es trotzdem machst. Oder was bringt dir das, wenn du dann mit dem Rauchen aufhörst und dann wieder dann mehr Alkohol trinkst. Ja. Das heißt, es muss ja irgendwie eine andere Lösung geben, wenn du ein Verhalten ändern willst, als nur bloß das Verhalten zu ändern. Ja, du musst halt die Dynamik dahinter heilen. Und ich glaube, die Dynamik dahinter ist immer das Gleiche, also irgendwie Verbindung, dass man keine Verbindung hatte als Kind oder so und davon Trauma an irgendeiner Ecke mitbekommen hat und dann holst du halt Verbindungen her oder stellst Verbindungen her über eine Kippe oder über Alkohol oder über Fernsehen oder über irgendwas, irgendwas nutzt du halt als Krücke. Ja. Und ich glaube, nichts hilft außer die Dynamik dahinter, das, was das halt verursacht, irgendwie zu heilen und wer weiß, vielleicht ist das am Ende auch mit Achtsamkeit, dass du das zumindest mitkriegst. Ah, okay. Ich glaube, wenn du so krass achtsam bist, dass du die gesamten Schichten mitkriegst. So, okay, ich kriege jetzt erstmal mit, ich will das machen. Ah, okay. Okay. Ich mache es jetzt nicht. Was kommt denn jetzt hoch als nächstes? Und dann quasi Schicht für Schicht immer tiefer hochkommen lässt. Ich glaube, irgendwann kommst du tatsächlich an die Wurzel von dem Ding ran. Aber mir gelingt das überhaupt nicht, wenn ich das so mache. Das ist schwer. Also, all meine Süchte, wenn ich mal gucke so, ich habe einige Süchte überwunden, ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken. Das war die schwerste von allen. Das ist auch noch nicht lang her, das war in Costa Rica. Also, ich trinke seit zwei Monaten keinen Kaffee mehr. Und ich habe schon mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate keinen Kaffee getrunken, bin dann wieder rückfällig geworden tatsächlich. Warte mal, jetzt weiß ich nicht, wo ich genau hin wollte damit. Immer diese tiefe Schicht, immer eine Schicht tiefer. Ja, genau. Ich glaube, es gibt diese tiefe Schicht, quasi, wenn das Bedürfnis hochkommt, du lässt das Gefühl wirklich hochkommen und du erlaubst das Gefühl und du erlaubst es aber auch nicht, um es wegzuhaben, weil das ist ja auch wieder kein Erlauben, weil oft versucht man sich so selber zu verarschen, indem man sagt, ja, okay, ich lasse es jetzt einfach in mir zu, so, dass du es weg erlaubst, so nach dem Motto, das funktioniert ja auch nicht, weil dann ist ja der Impuls schon wieder, der Ausgangsimpuls, dass du es nicht haben willst und so kann man versuchen, sich auch zu verarschen, indem man Dinge versucht, wegzuakzeptieren oder so halt, was ja auch oft so Spiritual Bypassing ist, dass Leute ihre Wut einfach, ja, so, wie agieren die nicht jetzt aus, sondern wie, schau dir deine Wut doch mal an, fühl da mal rein, ja, Bullshit, du willst einfach nur unterdrücken, das ist absoluter Schwachsinn und also da muss man auch aufpassen halt, dass man da nicht in so ein versucht, Achtsamkeit in was reinzulegen, um die Sache nicht zu haben, um sie wegzuakzeptieren, um so achtsam zu sein, dass sie einfach weg geht. Aber lass uns mal beim Thema Kaffee bleiben, ja, also ich habe das auch schon durchgespielt, das Game, bei mir waren es aber kein Kaffee, sondern so Energy Drinks, okay, also ich trinke jetzt seit zwei Jahren kein Koffein mehr, und davor so ein, zwei Jahre nur wenig und davor halt ein bisschen mehr und jetzt gar nicht mehr und ich muss sagen, das ist die beste Entscheidung meines Lebens, Koffein ist, Leute, lasst scheiß auf Koffein, brauchen wir nicht, weil wir haben jetzt ja gerade so darüber gesprochen, dass dieses Koffein, also eine Sucht ist ja immer so eine tiefere Schicht, aber muss das sein, also jetzt zum Beispiel Koffein, also muss das eine tiefere Schicht sein oder kann es einfach nur sein, ich bin müde, ich muss jetzt funktionieren, so praktisch. Ja, ja, bestimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dann ist es, wobei es dann natürlich, du willst dieses negative Gefühl nicht, dass du müde bist und nicht funktionierst. Das ist halt, das ist aber eher eine gesellschaftliche Frage halt, wie wird Müdigkeit angesehen in deiner Gesellschaft und inwiefern ist Müdigkeit ein hinderlicher Faktor, um in dieser Gesellschaft zu existieren, also wie, wie fern hindert dich müde zu sein am Teilhaben an der Gesellschaft. Und wie ist es jetzt für dich, ohne Kaffee jetzt, seit zwei Monaten? Bist du jetzt gerade müde? Nee, ich bin nicht müde gerade. Okay. Also ich merke, ich bin auf jeden Fall mehr müde als vorher. Definitiv, immer noch. Und ich merke, ja, es war schon vieles einfacher mit Kaffee einfach. Aber warum hast du dann aufgehört, wenn vieles einfacher ist? Weil ich, weil ich merke, es macht mich sauer, also im Sinne von körperlich übersäuert. Und ich habe noch so, bei mir ist es so eine längere Geschichte, ich hatte mal pfeifliches Drüsenfieber und dann chronisches Erschöpfungssyndrom. So eine ganz lange Geschichte. Und ich habe mich halt immer mit Kaffee über so, über, irgendwie so, über Wasser gehalten. Ich merke aber, ich will das halt auch nicht mehr. Ich will halt nicht mehr Kaffee trinken müssen. Und ich will halt, ich merke halt auch, wenn ich Kaffee trinke, ich schwitze zum Beispiel. Ich schwitze die ganze Zeit. Mein Körper wirft das raus. Mein Körper hat keinen Bock drauf. Und ich merke halt so, okay, wenn es mich sauer macht und ich die ganze Zeit am Schwitzen bin, ja, hey, dann soll ich das vielleicht einfach nicht jeden Tag trinken die ganze Zeit. Und ich will halt einfach, dass mein Körper irgendwie auf ein normales Level kommt, wo er sich halt einfach wieder selbst reguliert und funktioniert in einem Maße, wie es halt, ja, für mich auch funktioniert natürlich. Das muss auch für mich funktionieren. Aber bis jetzt geht es. Und ich habe, ja, deswegen, ich versuche das wegzulassen und habe auf jeden Fall heftige Kopfschmerzen am Anfang gehabt. Das ist ja immer so. Und ja, die sind irgendwann vorbei. Ich glaube, da musst du dich auch fast schon wie so neu entwerfen, neu entdecken. Wie bin ich jetzt eigentlich ohne Koffein? So wie es mein Ich ohne Koffein? Ja. Ich habe da eine interessante Geschichte von Mike Pollan gehört auch. Er hat so zwei Bücher, ein paar Bücher, er hat viele Bücher geschrieben. Und er hat auch drei Monate kein Koffein konsumiert. Und er hat sagt, aber während der Zeit ging es ihm irgendwie nicht so gut. Aber er hat richtig gut gepennt und alles. Aber irgendwie ging es ihm jetzt nicht so gut. Ja. So hat er es halt gesagt. Und dann hat er danach wieder angefangen. Erst so einen Kaffee. Ja. Einmal in der Woche. Ich meine jetzt einmal einen Kaffee in der Woche. Ja. Und dann hat er das auch durchgezogen so ein paar Wochen. Einmal in der Woche. Und dann auf einmal eine stressige Abgabe gehabt jetzt unter der Woche. Wenn ich einen Kaffee hätte, dann könnte ich das jetzt halt richtig durchballern. Ja. Ja, komm. Jetzt komm, machen wir heute Ausnahme. Und dann war es schon wieder mit drin. Was er dann gesagt hat, was ihm aufgefallen ist, warum es ihm da irgendwie auch in dieser Zeit so ein bisschen schlechter ging, ist, weil sein Ich, sein Selbst, wer er ist als Person, was er von sich glaubt, ist koffeiniert. Ja. Also er hat ein koffeiniertes Ich. Und das bedeutet, du musst dir dann erstmal, wenn du mit Kaffee aufhörst, ein entkoffeiniertes Ich wieder aufbauen, dass sozusagen neue Glaubenssätze, neue Ansichten auf Müdigkeit funktionieren und so weiter, auf Schlaf und so weiter. Du musst dir ja neue Meinungen auch bilden, weil deine alten Meinungen, die davor zum Beispiel so waren, ach, ich komme auch mit fünf Stunden Schlaf durch, die funktionieren, die funktionieren nicht mehr ohne Kaffee, weil wenn du einfach mit fünf Stunden Kaffee, wenn du einfach fünf Stunden pennst pro Tag und dann keinen Kaffee trinkst, Junge, du funktionierst nicht. Ja. Das fand ich krass. Alter, das ist krass, was du sagst, weil genau das Gefühl hatte ich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich wurde richtig, also ich habe teilweise ultra die Depression gekriegt, das ist ja nicht das erste Mal nicht aufhören, Kaffee trinken, aber ich bin an richtig übertriebene Gefühle von Ohnmacht und Unzulänglichkeit und so richtig krass auch nochmal so ganz krasse Selbstwertdinger hochgekommen, so richtig krasse Dinger und ich habe gemerkt, so krass, das liegt einfach nur daran, dass ich keinen Kaffee trinke und diese ganze Persönlichkeit, die ich eigentlich normalerweise bin, an Kaffee mitgebunden ist und das ist weggefallen und dann, das ist genau dieses Gefühl, dieses, Jo, fuck, Alter, da bricht einfach eine, da bricht wie so ein Fundament von einer alten Person einfach weg. Das ist wie, als wäre das ein Teil meines, ja, der Person Nikolai Binner gewesen, halt sich, ich weiß nicht, seit wann ich Kaffee trinke, wahrscheinlich seit ich 14 bin oder 13 oder so und ich bin jetzt 29, das heißt, ich habe die Hälfte meines Lebens immer Kaffee getrunken, immer. Immer auf Droge eigentlich. Immer auf Droge und das ist dann halt so, ja, und natürlich schließt du das in dein Selbstkonzept ein, ist ja logisch, weil du schließt alles in dein Selbstkonzept ein, immer deine Körpergefühle, deine Gedanken, deine Emotionen, drückst du natürlich deinen Stempel drauf irgendwie, das bin halt ich, und natürlich dann auch die Sachen, die du konsumierst und die, ja, den Bewusstseinszustand, den du aufgrund dieser Sachen hast. Ey, und wenn das ändert, Alter, dann ist es erstmal so, ja, wer bin ich? Was trinke ich jetzt morgens? Ja, ja. Wo kriege ich meinen, kannst du mal mit Isabel auch sprechen, die hat jetzt auch aufgehört, vor eineinhalb Jahren, also die hat es schon eineinhalb Jahre gemacht, du kannst zum Beispiel so entkoffinierten Kaffee auch trinken. Ja, da falle ich wieder zurück, wenn ich das mache, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, aber dann, das ist auch dieses braune Kaffeegeruch und so, das ist alles so connected irgendwie. Also würdest du sagen, das ist immer so die Frage, bei Süchten, ist es für dich okay, jetzt nie wieder in deinem Leben Kaffee zu trinken, nie wieder? Wo ist das Jahr? Da muss jetzt ein Jahr sofort kommen. Ja. Digga, ich weiß nicht, Mann. Meiner Meinung, da brauchst du jetzt das Jahr. Also wenn da dann so kommt, ja, dann bist du über dem Berg. Ja, ich bin safe noch nicht über dem Berg. Okay, dann frage ich dich nächstes Mal dann nochmal. Ja, ja, nee, ich bin safe noch nicht über dem Berg. Ich weiß ja, ich hatte ja schon mal nach fünf, sechs Monaten einen Rückfall. Also, ich glaube, Kaffee, dass ich da über dem Berg bin, ich glaube, da würde ich mir mal ein, zwei Jahre geben, bevor ich sage. Was müsste denn noch, also, was müsstest, was denkst du, was muss noch so passieren, damit du dann, wenn ich dich das nächste Mal frage, dann sagst, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich müsste körperlich einfach wieder so fit sein und so stabil, dass ich komplett normal trainieren kann, morgens früh aufstehen kann, dass ich quasi auch meine Kondition, die ich durch dieses Pfeifel-Drüsen-Fieber damals, dass ich die überwunden habe, tatsächlich vollständig. Und wenn ich das überwunden habe und einfach komplett wieder die Dinge machen kann, die ich machen möchte, körperlich, dann sage ich, okay, jetzt kann ich, ich brauche nie wieder Kaffee. Geil. Finde ich gut, dass du das machst. Ja, danke. Finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und gerade die Dinge, die du jetzt auch machst, vielleicht können wir da jetzt noch zum Ende dieses Podcasts noch so ein bisschen hin. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast. Genau. Und du machst so ein paar interessante Dinge. Du bist auch Comedian. Comedian. Nikolaj, vielleicht kannst du noch ein bisschen so, was machst du eigentlich so? Ja, ich mache halt Stand-Up-Comedy, bin halt Stand-Up-Comedian. Und ich bin, ich bin dieser Stand-Up-Comedian Nikolaj Binner, der bin ich. Dieser, dieser eine Stand-Up-Comedian Nikolaj Binner, der bin ich, ja. Der bist du. Der bin ich, ja. Nee, also, genau, ich bin Fan-Up-Comedian und mache halt Comedy normalerweise halt auf Bühnen. Quatsch-Comedy-Club, Nightwash, den ganzen Kram, kennt man ja. Und das ging dann halt nicht, wegen Pandemie-Mimi. Und dann habe ich halt angefangen mit einem Online-Satire-Format, was jetzt die, die den Podcast hören und mich kennen, dann wahrscheinlich auf jeden Fall kennen. Vielleicht auch erst seit diesem Satire-Format, weil es ist relativ gut abgegangen und viral gegangen, relativ schnell. Und das ist das, was ich mache und das ist das, was ich auch weiterhin machen werde. Und, ja, ich bin gerade am überlegen, ob ich langfristig auf Englisch switche. Also das Satire-Format, weiterhin Deutsch, aber die Bühnen-Performance ist vielleicht irgendwann auf Englisch settlen, weil ich das schon kommen sehe, dass die jetzt bald wieder einen Lockdown machen. Und ich habe keinen Bock, in einem Land zu leben, wo ich einfach einfach jedes Mal meinen Job nicht machen kann. Und das ist das, was ich liebe. Ich liebe auf der Bühne stehen und assi sein und witzig und reflektiert und eine Mischung aus all dem. Und das jedes Mal verboten zu bekommen, wegen so einem Drecks-Schwachsinn, der, na egal, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich habe auf jeden Fall keinen, ich habe, so langsam geht mir die Geduld aus und ich glaube, ich werde irgendwann auf Englisch switchen und ja, wer weiß, dann vielleicht tatsächlich in irgendein englischsprachiges Land ziehen, wo die das nicht, wo die nicht jedes, jedes Jahr einen neuen Lockdown reinfeuern. Also muss ich mal gucken. Das ist so mein eventueller Fahrplan. Was bockt dich daran? Comedy? Also Alter, das ist einfach das, das ist einfach zu mir gekommen und das ist einfach irgendwann zu mir gekommen und ich liebe das. Ich habe das Gefühl, es ist auch eine Art und Weise, also es ist irgendwie zu mir gekommen, es war nie so wirklich diese Agenda, ich will Comedian werden. Ich habe das nur irgendwann Stand-up-Comedy amerikanischer entdeckt von Louis C.K. in 2014 und mich hat noch nie, also mich hat noch nie was so fasziniert wie das. Ich dachte mir, das ist das lustigste, genialste, was ich jemals gesehen habe und dann hat mich, ich glaube einfach, ich soll das machen, ganz ehrlich, ich glaube einfach, ich soll das machen, ich glaube, ich bin dafür hier, dass ich das mache und sonst würde es mich nicht so ziehen, also es ist einfach magisch, ich könnte mein Leben damit verbringen, auf eine Bühne zu gehen und dann einfach diese Jokes zu schreiben und Also tust du die dann so vorher so eine Art Skript machen oder wie geht das? ich meine, man arbeitet ja an seinen Jokes, an seinen Nummern und probiert die und schleift die und tritt dann 20 Mal auf, bis die richtig geil ist und so und dann hast du sie im Safe im Repertoire und so und ja, auf jeden Fall, ich schreibe, also so wie jeder Comedian auch, schreibe ich Comedy, meine Jokes oder ja, doch, ja, manche Comedians lassen sich ihre Jokes schreiben, sind dann aber in meinen Augen eigentlich weniger Comedians, sondern eher Performer. ja, und ich finde es halt geil, ich kann meinen abgefuckten Kopf und meinen Blick auf die Welt und alles, was ich ausdrücken will und ich glaube, das war schon immer eins der, wo meine größten Blockaden saßen, waren im Selbstausdruck, so, dass ich mich immer selber zurückgehalten habe irgendwie und irgendwie, dass ich so konditioniert wurde, so nicht laut, nicht auffallen, sag das nicht, sag das nicht und ich wurde oft gemaßregelt, weißt du? und ich glaube, das ist etwas, was ich dadurch auch sehr krass heile, indem ich einfach so einen Weg gefunden habe, das zu sagen, was ich sagen will und ja, das ist Comedy für mich scheinbar und das ist halt geil, weil eine Meinung sagen kann jeder, einfach seine Meinung sagen, sich durchringen dazu, seine Meinung zu sagen, braucht Mut, aber kann halt jeder, aber das ist aber auch noch richtig krass witzig zu sein und ein Saal zum Lachen zu bringen oder so oder halt Leute im Internet, je nachdem was halt, das ist halt, das ist halt eine geile, ich liebe Leute, die gute Sprüche, gute Witze haben, ich liebe sowas, ey, ich habe halt auch so auf dem Bau gearbeitet, Digga und die sind halt immer so assi und so witzig, Alter und ich dachte, für mich waren die mit den coolsten Sprüchen, waren für mich immer die krassesten Helden, für mich ist jemand, der einen geilen Spruch hat, das ist für mich das non plus ultra das coolste überhaupt so und deswegen, das ist einfach meine Kunstform irgendwie, ja. Wie gehst du damit um, also wie gehst du damit um, so auf so eine Bühne zu gehen und du erzählst jetzt Witze, weil Witze sind ja nur gut, wenn jemand lacht und deswegen ist es ja voll, auch voll, also ultraverletzlich, du machst dich dann ultraverletzlich, wie gehst du damit um? Ja, ich weiß nicht, irgendwann gewöhnt man sich halt irgendwie so ein bisschen dran, so wie man sich an alles gewöhnt. Irgendwann hat man auch so ein gewisses Level als Comedian, dass man halt so gut ist, dass du halt weißt, okay, selbst wenn jetzt hier ein paar Witze baden gehen und die scheiße sind, die ich jetzt teste zum Beispiel, ich könnte immer noch irgendwas Safes spielen, das um die Leute wieder hochzubringen, weißt du. Und erstens das, also man gewinnt so eine Selbstsicherheit und ja, irgendwann ist es einfach so, man merkt halt, weißt du, ich bin halt hier in Berlin, ich gehe vor Corona, ich war jetzt seit sieben, acht Monaten nicht mehr auf einer Bühne, aber davor bin ich halt jeden Abend aufgetreten, einfach fünf, sechs, sieben Mal die Woche und wenn du fünf, sechs, sieben Mal die Woche auf einer Bühne stehst, ist es einfach so, es ist einfach, ja, es ist nichts, nichts mehr, was dich so krass toucht, wo du das Gefühl hast, wow, ey, wenn jetzt der Joke nicht funktioniert, du gewöhnst dich an das Gefühl, du gewöhnst dich dran, du entwickelst einfach mehr Kapazität, das auszuhalten, das Gefühl und dann irgendwann wirst du cool auf der Bühne plötzlich, dann bist du nicht mehr nur, dann hältst du es nicht mehr nur aus, sondern wirst plötzlich cool, ja, und du merkst, du hast voll die lässige Attitude, du bist total entspannt und dann können deine Witze baden gehen und das ist nicht awkward, weil es wird eigentlich nur so richtig awkward, wenn die Leute merken, dass der Comedian leidet, dass der Mensch auf der Bühne da leidet, dann wird es unangenehm, aber wenn die merken so, ey, okay, das ist dem scheißegal, dann ist das immer noch eine entspannte Nummer irgendwie. Das kann ich voll nachvollziehen. Krasser Job irgendwie. Ja, das ist das Geilste. Geil, Mann. Du bist auf YouTube unterwegs, Genau, Nikolai Binner. Nikolai Binner auf YouTube. Nikolai Binner ist der Comedy-Kanal und der Podcast heißt Namaste Bitch. Das ist der Kanal von dem Podcast, Namaste Bitch, auch auf Spotify. Alles klar, geil, Mann. Werde man natürlich verlinken und danke, dass du da warst. Ja. Ich bin gefreut. Danke für die Einladung, Alter. Gerne, Mann. Cool. Dann machen wir jetzt hier mal einen Cut, würde ich sagen. Ajo, machen wir mal einen Cut, hä? Skvrera-pa-pa-pa-pa-pa-p-p-p-p-p-p-p. Vielen Dank.